Einfach die Server-Rams, die sind hässlich. Ja. Ich will was hübscher. Ich will was hübscher. Also, hau mal Bling-Bling, okay. Dann, dann mach die Tritons drin von G-Skills. Es muss nur hübsch aussehen. Egal ob es geht oder was es tut. Du weißt ja, RGB geben dir 10% mehr FPS. Es ist blaues Licht. Du hast nur zu weit weg zu kommen. Da würde ich lieber zum Liquid-Crew. Wir sind denn die genau. Freezer-Crew ergreifen. Hier würde ich eher zu viel haben. Was sind denn heute meine täglichen? Bedbo, willst du mitspielen? Ich hab gar nicht gefragt. Nö, ich mache weiter meine Tarnung bei Call of Duty. Lux, die kann auch mitspielen, aber ich glaube, er spielt kein Fortnite, oder? Aktuell zumindest nicht. Okay. Ich reiche jetzt für die Projekte. 32 GB reicht auch. Abschüsse. Ja, definitiv. Also, ich würde keine 64 drin machen. So, Kim hat das Baba vom Baba gemacht. Ich kenne die Kim und die braucht das nicht. Alter, Vater, was ist denn das? 6.000 Megahertz. Ich meine, ja, kann man machen, ne? Ja, 5.400. Das ist doch nie und nimmer. Das ist vor allem out of spec. Wenn du mal guckst, 5.600 steht im spec dran. Ja, der Professor kann mehr, aber gut, die müssen es zusammenbauen, nicht ich, ne? Die müssen es testen. Jetzt merke ich gerade, dass meine LEDs von meinem Rump-Stack nicht funktionieren. Was läuft denn jetzt denn? Hol dir doch. Hol dir einfach OpenRGB und feuerst damit dann die RGBs an. Da brauchst du eine Software und steuerst andere. Ah, wir sind Weihnachten, wenn er auch eine Lichterkette macht. Eine Lichterkette? Nichts, mein Schlein. Hey, es gibt Lichterkette mit 12 Volt, also die könnte man rein theoretisch ans Mainboard anschließen. Ja, genau. Jungs, wo sind denn die krummen Spinner-Pagenden? Die feilen auch. Was eigentlich auch fehlt, was ich nicht gesehen habe, er hat gar keine Lüfter geplant. Ja, gut, die brauchst du eigentlich nicht planen, weil du hast vorne drei Stück drin. Ja, die sind mit drin, hat er mir gesagt. Das sind drei Stück und wenn du, und das ist eigentlich, es ist eigentlich ein bisschen, muss ich sagen, ein bisschen pervers. Du kriegst vorne einfach drei Kühler, hinten kriegst du gar keinen, weil du einfach schon, weil der fette Kühlkörper, der da drauf sitzt, dir passt alles dicht, macht. Ja. So, gut, bei Wasserkühlung interessiert dich das nicht, aber... Das verrät ab. Aber Fashion-Hersteller haben die da drin gesetzt, also, die, wo ich damals bei meinem Case dabei hatte, gut, die waren von Noctua mit drin, also Noctua macht sowieso sehr gute. Noctua, die sind ja auch klasse für sich, ne? Ich meine, einen Schönheitspreis gewinnen die Dinger definitiv. Ne, aber an Leistung definitiv. Ja, aber das, das fällt ja dann, das fällt ja schon wieder für Kim flach, das ist ja noch nicht blingendig. Ah, da gibt es ja paar Teamfotos, weißt du, diese farbigen, äh, Ecken dran setzen kannst. Na, selbst ehrlich, wenn ich, wenn ich ihr Noctua-Lüfter da rein sitze, dann sagt die, spinnst du, guck dir das mal an, das passt nicht mit dem Rest zusammen. Genau, genau, ja, er hat's gecheckt, er hat's gecheckt. Ah, da machst du halt, weißt du, vorne RGB, weißt du, guck dir das doch mal an, du musst doch ein Auge dafür haben, schau mal, vorne drei RGB-Bling-Bling-Lüfter, dann setzt du mir da hinten so ein Schokoladenfarben, dann lüft da rein, willst du nicht mit dem Noctua? Ah, wenn sie will, dann kleb ich Paillette noch dran. Ja, genau, richtig. Weißt du, was die macht, die geht, wenn die dann, wenn die nicht selber dran rumflucht, dann geht die, wenn die, ich kann mir gut vorstellen, wenn die lang genug ausrastet, dann geht die einfach her, macht den PC aus, und sagt, nee, ich hab mir, ich hab mir jetzt so billig Amazon-Lüfter, von Amazon so einen Lüfter geholt, der hat RGB, ist mir scheißegal, der kommt da dran, ne, und selbst wenn der schlechte ist, er hat Bling-Bling, ist mir egal. Ja. Am besten so einer, weißt du, so mit, so einem Pikachu-Lüfter oder so, weißt du, so mit, so einem China-Kirma, wo du noch nie was gehört hast, ne, aber Hauptsache, ne, das Ding springt an und du hast, und du hast so einen richtigen Pikachu-Lüfter hin. Am besten noch, wenn er angeht, macht der so Pikachu. Ich, siehst du, sag ich doch. Da sieht die sich. Du hast ja auch tolle Lüfter von guten Herstellern. Weißt du, was ich immer so ein bisschen geil finde? Du hast Lüfter vorne, ne, aber kein Mesh-Gitter. Das heißt, die blasen, tolle Lotte gegen eine Glasscheibe. Ja. Das ist halt auch so eine geile Logik, wo ich mir sag, Freunde, ja, das ist spezielles Glas, prima. Kärme hinter dir. Habt ihr schon mal was von Luftzirkulation gehört? Ich mein, Bling-Bling ist bis zu einem gewissen Grad geil, ne, aber Luftzirkulation, ne, das ist, ja. Ja. Das ist wie die Wahl zwischen, ich kann Luft holen oder ich hänge mir eine Lichterkette rum. Ich bin dazu geneigt zum Gigabyte B-650 betreifeln. Ja, Gigabyte ist auch genug. Schießen? Sie sieht nicht schlecht. Wie schmeiß ich denn den für den Schiefen? Bram reich dicker. Ziel und wirf. So. Wirf. Drei Kilometer, ne? Und eine zweite NVMe muss definitiv fallen. Andere Seite von der Map. Was ich lustig finde, ist, dass die Marke Aorus ist eigentlich mal nicht so schlecht, aber die wird in Europa nicht so stark benutzt, finde ich. Doch, 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 wird sie. Inzwischen schon. Kevin, du Hund. Ich hab hier einen Aorus. Ich hab einen Aorus in meinem... Der Willkomm nicht hoch. Die Marke wird schon stark beworben. Werner hat nur einen Busch. Du weißt, wer hinter Aorus steckt. Ich hab keinen Busch. Yeah. Er ist weg. Ja. Kommt, kommt, ja, kommt, ja, kommt. Oh, scheiße. Das ist alles. Weg. Ich hab so'n, ich hab so'n, äh, ich hab so'n, äh, ich hab so'n, äh, ich hab so'n Aorus-Mainboard in meinem Rechner. Der ist noch einer. Geht in den Busch. Ich find da auch die Monitore von denen nicht mal so schlecht. Ja, da hab ich, äh, da hab ich tatsächlich den, äh, hab ich LG genommen, weil die Monitore... Ja, die Panels sind besser. Weil die Panels einfach besser sind. LG macht geil, die geilsten Panels. Das ist eigentlich fast schon wieder zum Heulen, weil ich bin eigentlich Samsung-Fanboy, ja. Aber ich muss so'n sagen, ja. Wobei, bei Samsung, ich bin mal gespannt, was, äh, das Teilhaben die noch keinen Preis gegeben. Die haben ja den, äh, neuen, äh, Odyssey präsentiert und, äh, Und, äh, die Odyssey ist auch nur wieder ein, äh... Aber, dass ich endlich es mal geschafft habe, den mal richtig 4K, weil die anderen Odyssees sind ja alle nur VQ-HT. Ganz ehrlich, ich versteh' nicht, warum wir heute auf 4K gehen. Also, ja, versteh' schon, weil geil und bling-bing, schon klar, aber, äh, du musst halt, wenn du so AAA-Titel zockst, bist du relativ schnell am Limit mit deiner Karte. Ich komm nicht in die Tischen da rup. Das ist definitiv die meisten sowieso. Wo ist Jana? Da. Komm, Jana, wir kriegen das hin. Also. Ich muss mich hier... Ah, 2TB, ja, kann man machen. Oh, ich überlege, aber... Ich stelle mich nur hin und hiel mich schnell. Ich muss nachher immer mal was testen. Die Kingston erreichen dicke, die machen genau das, was sie sollen. Für Speicher meinst du? Hm. Hm. 2TB. Wenn du mich... Also, es gibt... Es gibt eigentlich 3 oder 4 Marken, zu denen ich gerne greife, äh? Weil ich Fanboy bin, leider Samsung. Die 980. Ja. Aber wenn ich aber... Wenn ich aber nach der Vernunft gehe... Oh, das meint jemand, pass auf, pass auf, weg, 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 weg. Wenn ich danach gehe, was in den Tester geht, was drin steht, muss ich sie Geld nehmen. Von wo, von wo, von wo, von wo, von wo, von wo. Die sind immer noch am Melzen. Aber so heftig müssen wir bei ihr gar nicht gehen. Die Kingston reichen dicke. Ja. So. Wobei, die gefallen mir von der Geschwindigkeit her nicht so. 3.500 MB, das ist tatsächlich... Was? Ich krieg den nicht. Ja, das ist nix. Dann greife ich jetzt zur Western. Da oben. Dann guck lieber bei 5.000 oder die 7.400. Ja, ja, das habe ich schon. Die 77 habe ich genommen. Okay. So. SATA-SSDs, ja, die kann man als Datenkarte... Ist die man zurückgeholt worden, oder wie? ... als printiges Datenkarte verwenden, aber... Ich gehe weiter hier hin. So. Die sollen sich von mir aus verkloppen. 16 GB Raum, so. Ich könnte eine Karte holen. Nee, 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 das ist schön. Die stehen da. Guck, 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 denkst du, ich kriege ihn? Oh, 22er. Boah, leck mich am Arsch, ey. Pass auf, wie läuft es in den Rift rein? Ich bin geneigt, echt einen AMD zu nehmen. Guck mal, ich kriege, glaube ich, für den selben Preis. Ich kann zum Beispiel, wenn ich jetzt auf AMD-Seite gucke, und ich greife zum fettesten Modell, das die da haben. Oh, 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 oh. Ich schau nach. Ich muss es mir nochmal angucken. Ja, na komm, wir verstecken uns ein. Im Buchstück. Verstecken ist manchmal eine richtige Lösung. Was habe ich hier drin? Hier, hol deinen Buch. Passt noch auf, dass niemand sich wechselt. Kein Buch. Ziegelstück noch. Nein, jetzt ist es einer mehr. Kevin, es hat nur damit zu tun, dass du einen auf Lone Ranger machen wolltest, das weißt du noch. Ja, der wollte wieder looten. Ja, haben mir scheiße gebracht. Kacke. Ne, da muss ich mir gleich mal was durchgucken. Da muss ich mir mal den Index gleich mal anschauen. Was ist denn jetzt gelandet? Quatsch, ich renne jetzt da hin und verlob. Okay. Ich muss ja nachdach. Und da ist mir gejolt. Ah. Ja. Auf dem Hohl. Na, hier vorne, hier vorne. Ja, ich hab da gerade jemand... Ah, du Hund! Nein, 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 wie? Nein. Ja, gut, Kevin, Lone Ranger und so. Kevin. Warte, ich muss das ruchten. Ratjana will was testen, das ist mit dem zurück in die Lobby. Nee, es geht auch so. Oh, ich bin jetzt schon mit. Was zum Kevin singt schon? Hör du mich noch? Ja. Geil. Warte. Oh. Wollen wir das mal richtig? Warte. Warte. Wow. Let's go. No. Oh, geiern die schon wieder oben auf dem Turm. Finde ich richtig gut, ich rede deutsch, ich schreibe luxemburgisch und ich höre französische Musik. Ja. Und du hast so einen Portugiese zu Hause. Ich hab so Piano wieder für mich entdeckt. Leider, leider, leider. Ne, es halbaut mir gerade, ich bin. Kommt er. Hörst du ihn? Nö. Mist. Er kommt nicht rein, weil ihm zu viele Leute da sind. Wir beißen nicht. Ja, ne, aber heute Mittag mit Marcel. Marcel hat geschrien. Keegan hat geschrien. Ich versteh ihn. Wie, ihr habt mit Keegan gespielt? Ja. Jeder hat geschrien, ich versteh ihn. Ich hätte auch keinen Bock. Aber ich hab ihm jetzt gesagt, es schreit niemand gewohnt. Graf. Ich schreie sowieso nie. Ich schreie sowieso nie. Ich schreie sowieso nie. Ich schreie sowieso nie. Der Steino. F asks am Boot. Granate! Musik. Ich sollwennbrensflieger gar nicht mehr horaisieren. Faktiv. Faktiv. S harm fireplace. reich. Sprink mal, wenn... ...tausend Meter stehen. Sprung, meinetrov. Hefuhr, meinetrov. Nö. Convieler, jetzt. Ja, Entschuldigung. Ich spinne mal bei Tausend ... aber wie dumm, wenn wir nicht sind. ich muss den Film noch mal gucken, wenn man so geil ist ich bin ein Luchs, die kommt nachher mit dem Babbo-Pitzel Intel-Pension-Prozessor ich vertraue Lukas der hat Ahnung was er macht das hilft dir nicht ich gucke hier Youtube-Videos an, spüren und babbel die ein bisschen nach, klingt intelligent oder? einfach mal Video von der Bauer ja, alles gut da war einer oh, wir haben Squat what? ich bin immer noch die Call of Duty-Dinger gewinnt oh, wieso habe ich ihn nicht gesehen? und dann tötet mich der Team-Mate wo kann ich damit fahren? oh, wie cool anscheinend können die auch noch Flugzeuge ich bin verliebt ich kann alles kaputt machen dich auch? ich kann nicht fahren, das ist das Problem ein bisschen zu tief ein bisschen viel Zenith for Speed hier ein bisschen viel Zenith for Speed hier maaaann oh, ich verstehe das an uuuh uuh uuh gefehlt nur noch Snoop-Dorf-Musik nooo was, was für Snoop-Dorf-Musik? ich hab gesagt, er zählt nur noch gefehlt nur noch Snoop-Dorf-Musik und du sagst, Sneed for Speed hier ich höre mir gerade Ass-Five an passt gar nicht dazu guck dir das an uuh, oh nein oh mein Gott, ich hübs auf das Kopf hier wieso? chaka chaka ich hab Räterabschutz mit Cremor das ist... nja ach, ich muss ja Pistolen-Kills noch machen Jana, willst du kotzen? was? was? dann fahr mit mir mit kannst du mit mir mitfahren? guck an ich fahr jetzt so schlimm ok guck an wenns etwas gibt, was ich nicht kann ist das Fahren ins Spiel die kommt nicht die kommt nicht ah 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 ich kann sowas von gar nicht fahren ich mache die eigentlich die quest sogar noch dabei habe ich gesehen die sohne ja noch nicht kommen schnell in die sohne wo ich sie sohne da steht dann oh mein gott ach komm wir stehen noch Ich dachte, da geht's raus. Ups. Kevin, wo bist du denn? Wir fahren hier. Wir fahren hier rum. Guck, hier sind wir. Jana, das ist noch cooler. Komm, wir nehmen das. Komm, wir nehmen das. Könntest du da auch mitfahren? Dann kannst du es noch besser. Kevin, willst du mitfahren? Können wir noch Musik lernen? Warte. Warte, ich futter die Pelze. Dann hab ich ein bisschen Glühleif. So. Oh, oh, oh. Warum? Bist du runtergefallen? Ach, danke. Oh, nee. Das bist du. Das ist Kevin. Fallschaden. Aber Kevin, ich mach gerade eine Quest. Na, was ist nebenbei. Oh. Ich halbe Haus nicht so lang. Oh, so nah. Oh. Immer diese Autofen steht ja immer weh. Zerstörer, guck, das störe Objekte. Was? Wir haben die Führung, Kalorre. Ich sehe eine Schanz. Oh, guck, da oben ist ein Sprung. Oh, Mist. Go, 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 go. Go, go. Oh, Mist. Ich bin kaputt. Und jetzt können wir da rum gucken. Komisch. Kevin, ich mach jetzt nicht. Also, drei, zwei, eins. Go. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Wir haben's geschafft. Wir haben's geschafft. Oh, Gott. Ich lebe noch. Wo ist Kevin? Wo ist die Zone? Okay. Fahren wir in die Zone? So. Hey, Kevin, wir sind nicht gestorben. Oh. Ich bin jetzt gegen den Baum gefahren. Er schießt auf mich. Was, Kevin? Sollen wir dich mitnehmen? Oh. Oh. Oh, boom. Warum hast du so ein Surve? Wo kommt das her? Ich will das auch. Ey. Wo hast du das her, junger Mann? Wo hast du das her? Ich will das auch. Ich will das auch. Oh. Wo hast du das her? Nimmst du Jana mit mit dem Auto? Oh, ich hab noch seinen Kauf gesehen. Oh, mein Gott, wie cool. Wo hast du das her? Oh, mein Gott. Ich komm mir vor, wie... Ja, die kämpfen doch. Komm nur mal hallo sagen. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Nein, ich kann es. Hab ihn. Oh, mein Gott. die gammeln hier ich stehe hier meine Dignationen das habe ich in meinem Servort gemacht ich bin da ich bin da hast du das gesehen wie cool das war habt ihr das gesehen wie cool ich gerade war hallo ich hätte das klippen sollen das wäre ein Baba klippen Kevin wo bist du stell dir mal vor ich hätte sowas in real life ich wäre so cool ich wäre so cool man jeder würde mit mir befreundet sein ich wäre coolio in person ja aber ich gehe ja noch nicht ja ich weiß aber nicht ich rede hier mit diesem weh aber die sieht cool aus ah ich sehe ich sehe Baba mäßig aus hier sind Äpfel ich futter die Äpfel es geht nur gut um cool auszusehen okay Loxi hat das verstanden oh ja hab ich bling bling ja und jetzt komme ich hier mit einem Baba let's go oh hier sind noch mehr Äpfel ich bin fertig hier sind Äpfel ich bin fast tot man hört sich erst nicht über was für ein Mikro redest du echt man hört sich sehr schlecht ich höre sie auch sehr schlecht ja Beppo ist wieder an der Favela leitung drin ja ich war doch du warst gerade jetzt nicht mehr also ich weiß nicht mein cooles faktor hat sich gerade auf eine millionen gehoben ich bin also jeder wäre gerne so ich bin Mädchen chill ey ey wie redest du bei mir ich bin cool ah hier ist noch einer da war einer beim Haus so aber kommt cool hier kommt jetzt hat er nämlich ein gesperrt in der Taschenburg 7 3 7800 X3D geht ab cool ne perfekte Banane ich habe mich verarschen da ist so richtig reingesleidet wie meine dms spielst du noch eine runde kevin und dann gehst ja anscheinend ja aber ich muss um 8 uhr 40 kommst du in die lobby dafür du bist so cool und um zum arzt zu gehen der gelbe ist nicht cool was was laberst du der ist richtig cool seine ärztin sagt die arbeit da kriegst du eine augenklappe drauf und gearbeitet die arbeit aus dem home-office auge entzündet was er wieder gemacht hat beim schminken abgerutscht kräftiges augen wir sind noch nicht bei cyberpunkten aber es sieht aus wie ein gerstenkorn weißt du der anfang von einem gerstenkorn ist einfach der schwarzmarkt zu teuer für organe ich bin mal lieber nach deutschland und dann soll ich für euch das auge kaufen dann soll ich für euch das auge kaufen ich könnte mir gut vorstellen dass du irgendwie her geht und sagst oh das ist aber schön ich wollte schon immer zwei unterschiedliche farbige augen haben dann kann ich dir auch helfen ich schlag dir aufs auge das ist alles blau und alles grün auf die mühe wohin kevin mann was kommen die hier wieder wann jetzt jetzt ich muss mal sehen ich muss meine musik ändern ich werfe eine betäubungskarte platziere claymore ich war all der wahl ich hasse es ich muss nochmal spielt hier mit dir Bappo jo ok man schwatzt ne nö warte ähm scheiße was war das? 4 und 8 rasiert hat sich nicht böse jaa ich habe einen kill mit der cremo ich muss noch einen kill machen mit der cremo ok die rasiert ganz schön ok die rasiert ganz schön ob sie daneben geschossen ich sehe schon mal bibi rasiert komplett wer rasiert? bibi panda äh panda ja bibi 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 er ist ein hint nein er ist bibi das ist gar nicht wahr er ist bibi wer arbeitet nur scheiße du war scheiße mach mir den namen doch nicht nicht lege claymore Kevin auch wieder so ein fucking lone ranger mann wemau ja wo bist du denn du hast dich wieder verpisst ins andere ende der map was laberst du was laberst du das gibt ne anzeige was laberst du sie feuern auf mich ich hab nicht eins hier runter zu fahren guck jana ist rechts du bist links und ich bin in der mitte wie so ein stuhl hier kiwi ja bitte bist du in der lage eine grafikreise reinzustecken in den rechner nö die brechen ich hab ich hab Beppo ich würde den 16 pinner abbrechen Beppo kriegt das hin ich hab die Profi um die Ecke ja ja Beppo wollte ich nicht weiter finden aber Kim musst du dir vorstellen das sind so wie diese Videos wo die Typen versuchen einen RAMstick falsch reinzubauen weil schlafe ich du hier Beppo ja weil wenn du ihren wenn der Rechner nicht bestellt wird alles was über eine 4070 geht darfst du nämlich selber erst selber einbauen ne ja wir liefern die mit aber die musst du halt einbauen die liefern du nicht montiert ja das ist das ist die haben halt ne ordentliche Last wenn das abbricht auf dem Mainboard viel Spaß ne ja und dann gehst du heulen wenn dann einfach mal so ein 300 Mainboard 300 Euro 400 Euro Mainboard einfach mal knick knack macht ja das kann ich mir vorstellen mein Mainboard war 2200 ich hab gestern die Grafikkarte von Max geguckt ne und der hat einfach auch die dickste Grafikkarte überhaupt ne er hat ne 4090 für was denn er spielt Apex ja er hat so wie es der Grafikkarte hallo da braucht man so eine Grafikkarte alleine um zu flexen ne ne ich hätte er einfach die Lichterkarte reingemacht wäre das gleiche gewesen ne 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 na hier ist n ne ici ne o ne 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 i Ich hab ein Quad geförsen. Also komm, fetter Boost, fetter Boost. Oh, Junge! Das war ein bisschen zu viel Boost. Wir schießen nicht dabei, wir machen Boost. Jana schießt vielleicht dabei. Oh, die kostet Fleisch. Oh Mann, dieses Scheiß Stück Ast. Da hemmt der da in die Ecke. Das war gut gespielt, das war... Das war too fast to prove, yes. Need for Weed war das. Vorhin war jemand im Montestream, da hieß Need for Weed. Ich bin bei dir. So, das 850 Watt-Metzel können die sich abreden. Ich kann Puder aufeinander. Wo ist Kevin? Wie, wir sind weg! Wir sind hier! Wir haben sogar Hupen! Hier sind wir doch, guck, du mit deinem Busch! Guck, hier sind wir! Guck, hier sind wir! Aufmerksam oder so! Nee! Kommen wir da durch? Oh! Oh, natürlich! Ich habe kaputt gemacht! Ich habe kaputt gemacht! Was ist denn hier? Warum ist hier so ein Ausrufezeichen? Äh, das ist dann das. Ah, noch einer? Platziere Claymore! Warum kriege ich den? Ich muss hier ihn aufmachen. Äh, das ist dann so. Oh Gott. Ich weiß, aber ich habe einen Quad kaputt gemacht. Komm, Jana! Lauf! Zone! Die Zone! Dann bitte die Zone online! Noch eine! Er hat schon irgendwas kaputt gemacht. Er hat schon irgendwas kaputt gemacht. Ja, ich weiß. Okay, wie? Ja, bitte. Was für ein Betriebssystem hast du gerade drauf auf deinem Rechner? Also, dass du Windows 10 hast, ist mir sicher. Windows 11. Home? Pro? Ich werde hier drüben beschaffen! Weil wenn du eine Pro-Lizenz hast, äh, kann man hier auch nochmal 80 Euro sparen, aber... Ich glaube, es ist ein... Es ist Home. Die Family. Schm... Das hat hier aber niemand gefragt, was du hast, Kevin. Ja, wie ist das nicht hier? Dann geht's! 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 Jetzt sindinderanzig. Dann geht's! Dann guck' ich sie das an! Maschine! Oh! Oh! Ah. Ich perspire sind! Ich will wieder so ein Surfboard machen! wo hast du dieses ding ins herr kevin jetzt auch so eine snitch zu sein und sag es mir wenn man jetzt nicht so scheiß und sagt mir ich gehe googeln ist doch gar nicht wahr ja hast du denn eins du hast gesagt wenn ich nett bin kriege ich eins ich glaube das schießt gerade nicht auch ja klitter auf mich drauf nein die sind alle auf mich fixen weg wo bist du denn du kleines was ist das eine tasche jana hat wieder ein buch hier mit euren bischen 11 er müsste da und sein Nee, dann treffe ich nicht. Nein. Ich will mein Surfboard. Plattiere Claymore! Surfboard, surf surfboard. 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 Und mein Surfboard. Du weißt aber sofort, von dem ich rede. Und mein Surfboard. Das ist Nick. Mein Surfboard. Ja, was? Mein Surfboard. Ja, hier, hier ist es ein Team. Ja. Also ist so ein Goku. Die zweite liegt auf. Nee, da läuft jemand weg. Du Idiot. Beim Baum. Hinterm Baum. Ja, was machst du jetzt? So kleine Schlampe. Wechsle das Magazin! Nooo! Wow! Wo sind? Sie ist unter mir! Sie schießen gerade wie die Dulis aufeinander und sie trefft mich nicht und ich treffe sie nicht. Alter, ich hab mein ganzes Sniper moniert und die Monster verballert. Was sagt ihr, hat ihr was, was ich mobsen kann? Ja, gibt's noch was? Welches Snipe? Die? Die hab ich schon. Da hinten! Da hinten! Ja, da steht doch bei mir. Da! Ja! Ja, aber ich kann nicht Snipern! Ich hab keine Money mehr! Kevin, komm! Oh mein Gott, die sind auf der Dingens! Oh, komm komm! Was? Sind die im Bauernmodus? Na, ja, ne? слушai, guck, ne? Ja, wir sind auf der St performer, weil... die Linden in einem Bauernmodus das ist die hier zu machen! Ja, ich... ... sprach dementspielcox, dann guck! Ichılуier! Das räum ist, für 있나? der bilde und seit jana bewegen bewegen keine mutige ich habe keine money mehr ja ja ich regel das alleine war der biller kommt ja gegen zwei stück wo ich trink mal was ich finde das nicht in ordnung kommt darunter man ich bin tot ich bin tot ich bin tot ja gut gespielt kevin immer dieser kevin ein hallo halt wohl im Chat das wird Kevin ich muss den Battle Pass fertig bekommen bis was? 3. Dezember? Nein ich bin auf der dritten Seite äh der Nello ruft dich Kim Hi Nello wie geht's dir mein guter? Wie läuft's? Wie vieles Level bist du bei Call of Duty? 100 Boah da kommt der Lappe von hinten Bili geht's nicht gut jeder ist krank dann spiele ich mit Jana alleine ja du bist wieder gesund Kevin du kannst wieder Arbeit Jana hat so eine Bambusleitung und das Headset ist richtiger Schmutz ja ich höre sie sehr schlecht man hört es sehr schlecht Jana dann höre ich nix im Fortnite ich muss aber aufsatz okay ich fühlst dir schon als würdest du draußen spiele mein Auto hat vielleicht einen Motorschaden ah scheiße das wird eine teure Rechnung das wird richtig teuer ja aber vielleicht guck es ist ja noch nichts passiert das ist abhängig was äh was was für die Leuchte anging bist du gut versichert was für ein Auto hast du denn? wie alt also Baujahr oh du Lappen hast du jetzt den selben Skin wie Salva? ich? ja ja obwohl du gesagt hast dass das ein Schmutz Skin ist dafür habe ich mir den Battle Pass genommen weil der ist übelst Dreck der Skin aber der gibt dir Vorteil die Leuchte treffen dich nicht immer damit manche ist halt so Unmenschen und du darfst springen jetzt ja du denkst das ein Motorschaden obwohl bei Audi ist es aber nicht ich muss überlegen ich arbeite ja für eine Versicherung und die Leute kommen auch mit Notgeschäden zu uns obwohl das gar nicht versichert ist also du hattest jetzt ein Marder oder so ein Viech was dir was kaputt gebissen hat ich glaube Audi hatte ich jetzt präziser nicht scheiß ich bin im Baum ich war fast tot wie also es ist ein Marder oder ein Viech was dir was kaputt gemacht hat dass du richtig schreibst das ist nämlich versichert das ist versichert abhängig in Deutschland ist das nicht versichert in Deutschland doch guck es ist ein Marder also in Luxemburg ist das versichert in meiner Kasko ich würde mal nachfragen bei meiner Versicherung ne so und jetzt für dich das Gespräch berechne ich mal 350 Euro ne Kevin du gehst nicht schlafen tschüss tschüss ja du hast jetzt gehts los oh mein Gott wo kommen die Enten jetzt her Ja, wenn du Vollkasko hast, dann fragt deinen Versicherungsberater oder deine Versicherung oder keine Ahnung. Fragt mal, ob das versichert ist. Aber dadurch haben sie den anderen Mist. Wie meinst du? Ach so, okay, der Mager hat noch was anderes kaputt gemacht. Ist es das? Das Problem ist, bei einem Motorschaden kommt ein Gutachter. Egal wie du es drehst, du kannst nicht alles auf den Mager drücken. In Deutschland ist es richtig schlimm. Aufwände, wenn man nichts dafür kann, dann können die es so drehen, dass du trotzdem schuld. Ja, aber wir sind nicht besser. Versuch es, versuch es. Vielleicht war der Mager Schaden der Auslöser. Mutterschaden bei einem Auslöser. Ja. Aber das kann schnell gehen, wenn der Mager die Hilflüssigkeit zerboss wird. Okay, aber guck, dann ist der Mager der Auslöser. Das heißt, es geht auf seine Kasko. Weil der Mager hat es kaputt gemacht, verstehst du? Aufwung schon. Siehst du, der Mager ist der Auslöser. Aber die sind da so penetrant, die gucken dann ganz genau, ob das wirklich Bespüren könnte gewischt sind. Wenn du dir sicher bist, siehst du immer jede, wie nennt man das, Beuys in Deutschland? Kühlwasser hat er angefressen. Okay. Okay, dann habe ich recht. Okay, also. Nello. Ich arbeite in der Versicherungsabteilung für, also die Schadensabteilungen. Ich rede aus verlässlicher Quelle. Wenn du bei deinem Auto immer alles korrekt gemacht hast, deine lehrlichen Mager. Revisionen. Genau, wenn du das immer alles schön brav gemacht hast, kann die Versicherung dir nichts tun wegen dem Mager. Am besten gehst du zu einer Werkstatt, lässt dir schreiben, dass es ein Marder war und dass dadurch der Motor Schaden gekommen ist. Das gibst du dann an deine Versicherung weiter. Die werden zu 100% ein Gutachter schicken, weil sie wissen wollen, wie viel das kostet und dann wartest du ab. Also wäre jetzt mal so mein Tipp. Oben, ja noch. Zack. 22. Lege Kleber auf! Genau, Checkheft, genau, tut mir leid, ich habe das Wort nicht gesagt. Checkheft gepflegt. In Luxemburg heißt es anders. Also wir arbeiten ja auch mit deutschen Versicherungen. Deswegen. Die Ergo. Welche Versicherung hast du? Das ist wieder auch noch eine gute Frage. Guck, guck. Na, auf, das sind Wükser. Stirb! Kommt runter. Alter, Jana steht hinter dir, siehst du die nicht? Ich glaube, der andere kommt auch noch. Mann, ihr seid so unmenschen. Okay, ich versuche es so wichtig, es ist gesagt, dass du zum Besten. Also, wenn du meinen Tipp willst. Dringt niemand meinen Tipp auf. Komm her. Und, ähm, fragt ihr vielleicht auch noch, ähm, ähm, wie heißt das? Ja, na, immer bewegen dabei. Wie, wie, wie heißt das? Ein Kostenvoranschlag, genau. Ich frag dir noch einen Kostenvoranschlag an. Gibst du alles schön rein. Mehr kannst du nicht machen, ne? Ich spiel Fortnite mit Jana, ja. Stell auf, wir haben was. Brauche Aufdehung in der Not. Drohne, Kreisen, Übereinsatz, Gewicht. Aufdehung, Kontadrohne, in der Rechte. Brauche eine Kontadrohne. Kontadrohne, sendet sie durch. Na ja, eigentlich finde ich meine Arbeit voll doof, aber in solchen Fällen, helfe ich gerne. Ah, du bist die Wichse. 28. 42. Er rennt. Ich kann mal hinterher. Ich weiß nicht, wo er hinrennt. Er ist noch da. Stürb! So, erst weg. Ne, noch kein epischen geholt. Jana spielt Fortnite erst seit kurzem. Lege Klebe! Und ich hätte eh nie ein epischen geholt. Ohne, ja. Ich glaube, ich habe einmal in meinem Leben ein epischen alleine geholt. Freundliche Trorne im Einsatzgebiet. Und von ihr ist das Headset eine Dose. Ja, das ist Janas Headset-Dose. Heinz Tomatensuppen-Dose. Drei Schnürnünününününününününününününününününününününününününününününününününününününününününününününününününününününününününününününününününününününününününününününününününününününününününününününününününününününününününününününününününününününününününününününününününününününününününününününününününününününününününününününününününününününününününününününününününününününününününününününününününününününününününününününününününününününününün ich hab den gammler nicht gesehen ihn ihn macht natürlich so fort drauf zu Die wollte ich auf dich einsetzen, aber ist mir gestopft. Richtig dumm, diese Dinge, ne? Sich gegenseitig zu ärgern. Ja, Marcel und ich haben das am Anfang. Ach, alles gut, Nelo, wir nehmen das nicht gut auf. Was ist jetzt los? Ich glaube, es wird geschossen oder hast du gerade was gemacht? Ah, das ist ein Busch. Nimm deinen Busch. Okay, mein Spiel hat es übelst gerückelt jetzt. Guck dir das an, jetzt hat er einfach fette Werbung hier, Beppo. Ich? Ich habe eine Werbung pro Stunde. Ah, das ist das, das ist das, das ist das, das ist das, das ist das. Ja. Wie schwarze Bildschirm. Hast du schwarzen Bildschirm einfach? Ich hatte mal kurz anschauen, ich habe zum Bildschirm bekommen. Aber jetzt müsste alles wieder gut sein. Ja. Es wurde mir schwarz vor den Augen. Hm. Die letzte Minute. Ich sehe Schüsse. Aber ich weiß nicht wo. Ich glaube vor uns. Ach du meine Fresse liegt hier. Nein. Wenn wir da runter gehen, haben wir den... Ich bin hier runter gefallen? Nein. Ich bin hier verwirrt. Die Waffen hier sind anders eingestellt als bei Call of Duty. Spielst du jetzt? Spielst du Hardcore-Bett-Bett-Bett-Bett-Bett-Bett? Ja. Na, da sind Welcher, die sind aber zu weit weg. So, René, du verlängst dich nicht mal auf den Chat schaue, ich bin zu konzentriert gerade. Ich bin ja da. Mein Mod. Wir sind zu weit weg. Das Problem. Also die Kim kann man richtig als Mod einstellen, die macht ihr Job. Alles gut, du hast auch Kim, ne? Wie gesagt, ich bin... Ich mag es Mod zu sein. Ich finde es auch besser so, dass wir alle miteinander befreundet sind, miteinander zocken und auch gegenseitig Mod voneinander sind. Es ist schwer einem zu vertrauen, die Mod-Rechte einfach zu geben, finde ich. Du bist auch nicht ein für irgendeinem Babo. Danke, Nalo, für 30 Spitz. Mann, das kriegt er mit. Ja, das klingelt in den Ohren. Das kriegt er mit, wenn die Kohle reinkommt. Ey, komm schon. Gott, ich muss voll dringend auf. Toiletten, ja. Wir müssen das jetzt gewinnen schnell. Danke nochmals für die Bits. Nicht zu viel Geld aus, du musst noch auf dein Auto schauen. Quatsch, das geht auf die Versicherung. Wenn er sich gut anlegt, kannst du mich ja auf dem Laufenden halten, Nalo. Ich sag dir, wie du das aufschreibst. Wir bleiben mal hier am Rand von der Zone. Ja, erste Frage von vier. Dann hängen wir hier mal so rum. Bück dich mal. Oho. Danke, Nalo. Also bei mir ist Bücken hier auf dem... so runterdrücken, aber ich war... Gib nicht so viel Geld aus. Musst ja nicht. Danke vielmals. Dann kannst du dich ein bisschen mehr schützen, weißt du. Scheiße, falsche Waffe ausgewählt. Nee, das ist nicht. Kann ich sie nur ein bisschen hinher klicken, nicht, dass sie von hinten kommen. Wir sind zu 13, also uns beide abgezogen. Da unten ist einer. Ich gucke, was er macht. Ich glaube, der läuft hier zum Loot. Mist, ich dachte, er würde dann nach links gehen. Guck, wo sind sie? Kein Sinn sich für einzeln nicht mehr vor. Nee. Ein bisschen lieber. Pass nur auf während dem Laufen, wenn du dann dieses Knöpfchen drückst, um sich hinzuknien, weil dann rutschst du. Rutschen ist geil. Und dann machst du so. Und nicht, dass du dann plötzlich von einem Berg runterrutschst. Ist mir auch schon passiert. Ja. Fetter Fallschaden. Komm, wir müssen jetzt... Komm, wir schleichen uns. Weißt du noch, wie geil das war, wo ich bei Apex... Ja, wir kriegen ja kein Fallschaden. Ich rutsche, ich falle von der Map. Ja. Ja. Da ist so was vor mir in das Loch gefallen. Das war auch kein Fallschaden. Das war eigentlich... Ich bin aus der Map geflogen. Und danach haben wir es ständig vergessen. Danach haben wir überall... Ja, wir haben einfach bei Fortnite runtergesprungen. Scheiße, ich bin gestoppt. Ok, Yana, noch acht Gegner. Ich hab ne Banane dabei. Die Banane macht's. Die Banane macht's. Die Banane macht's. Puh. Pass auf nicht, dass man dich sieht mit seinem Busch. Nee, das ist kein Gegner. wie das klingt ich habe es noch gesehen dass der auf mich ich nehm den Busch auch mit ich hab dich gesehen komm zeig dich ja momentan mache ich nur die taunungen für die wir machen das alle ist aber die bin ich fast durch ich habe nur noch die hier zu machen dann bin ich hier fertig dann kommen die dmrs ja und ich mit unseren wischen ja das sind noch vier stück das sind vier einzelne spieler wir sind die einzigen die noch im team sind das kann gut sein dass wenn sie sich jetzt gegenseitig die köpfe einhauen ich hab ne baba waffe oh mein gott was du das hast du das das sind noch viele leute und dann wirft sie ne boogiebomb auf mich was warum ist denn deine webcam das spiel äh was warum ist denn deine webcam das spiel das habe ich jetzt nicht verstanden das verstehe ich auch jetzt nicht äh jana wir müssen wir müssen wir müssen ok jana oder meinst du wieso ich ohne webcam spiele komm wir bauten wir wir gehen hier an der seite von der zone ne wenn du dich mit dem busch einfach dahin soll oh leck mich fett da ist ne richtig heile waffe nehm ich alles mit dankeschön ich hab echt angst wenn die unseren busch sehen dann schießen wir ja mist ich bleib jetzt sitzen wo bist du natürlich so jana so dreckig wie mir ne du hast einmal in klein und groß das ne du hast einmal in groß in klein und in groß das verwirrt hä wie jana die kämpfen alle das wird jetzt richtig witzig ne sorry nario ich verstehe nicht was du meinst jetzt ich muss so dringend auf die leute die sind alle allein ok jana das wird jetzt richtig brutal schwitzig ja da ist jemand auf dem dach ganz oben nicht schießen nicht schießen nicht schießen nicht schießen hat er uns gesehen nein doch schieß nein werde ich von dem scheit das war mein problem werbung das war mein problem wenn du irgendwie runter kommst kannst was hat er dich hat er dich scheiße ok jetzt gehts sie sich jetzt gehts sie naja jetzt gehts nicht Lesere Claymore mann ich hatte ihn mit ich hatte ihn echt gut eh nehm ich mit uuuh jejeje mein Arsch mit einem Schuss mit Ja, aber es ist halt Zeit in den Dingen. So, kleine Mann. So. Okay, ich muss jetzt auch verletzen. Alles klar. Ich bin auch kurz aufgelaufen, als er vor mir da ist. Okay. Mist, daneben in den Geschoss. Hast du es ja herausgefordert, du Penner. Also. Verbindete Drohne online. Wir haben uns die Führung gesichert. Wo sind die Loppen? Mist. Mist. Was soll die Scheiße? Explodiert das Auto. Mist. 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 Ja. Mach die AMD Grafik auf die Karte, die einfach klappt, Preis-Leistung-Selten. Keine Frage. Keine Kompromisse. so jetzt ist die frage spielst du spieler in zukunft die ray tracing verwenden werden oder nicht das ist die frage kennst du kannst du hast du mal cyberpunk gesehen dann siehst du ja also wenn du es auf höchste auflösung mal gesehen hast du siehst du diese wasserreflexion spiegel und so diese ganzen reflektionen das ist bei tracing wenn du zum beispiel im wasser spiegelt sich zum beispiel das gebäude und das gebäude spiegelt noch mal zum beispiel zusätzlich das ist ray tracing also reflektion der licht genau richtig richtige licht brechung et cetera amd hatte hat ist natürlich so entweder war da etwas schneller gewesen mit weltweiten amd hat eine ähnliche technik nennt sich fsr macht im prinzip dasselbe spielen grün macht ist aber nicht ganz so effizient und trinkt mit bringt wir reden von 16 fps unterschieden maximus 16 aber dann reden wir auch im 4k bereich schon ray tracing also die wenn du full hd spielst und so weiter dann hängt die dann unterscheidet sich das von der 40 80 von nvidia bis fast gar nicht du sparst aber das muss ich halt dazu sagen zwischen wenn du jetzt eine amd nehmen würdest bist du bei 134 90 weniger wohlgemerkt nur für 16 fps unterschieden das ist richtig die 40 80 kann man könnte 4k betreiben du könntest auch wqhd betreiben wenn du wolltest wqhd ist dann und das ist dann im prinzip auflösung jenseits der wenn du so willst die hälfte oben drauf von full hd ich guck mal mal 2560 x 1440 das wäre dann das wäre dann wqhd das ist der sweet spot eigentlich meiner meinung nach was was gaming angeht das heißt dir selbst triple titel kannst du ohne weiteres auf diesem level zocken hast du und hast du super auflösung nur sagst full hd dann bist du und ray tracing ganz ehrlich dann geben wir sich fast gar nichts die sache ist sie ich bin ja nicht sicher was ich spielen will aber ich will die option haben verstehst du die mich hoch zu spielen versteht was ich meine das können beide ich will jetzt nicht klein wir reden hier im high end bereich im high end bereich von 16 fps unterschied zwischen den beiden aber unter preislichen unterschied von 135 euro wenn die 16 fps so viel ausmachen älterweise nö dann dann macht ohne also die frage die die einzige von jetzt gibt es nur noch ein ein karsus knacksystem absolut wichtig ist ja die monitore die du bereits verwendest da wäre es mir wichtig zu wissen ob die sowas das wirst du wahrscheinlich nicht wissen ob die nvidia g-sync oder sowas haben oder nicht oder ob die viele viele monitore können beides direkt das heißt steht zwar nvidia g-sync drauf können aber genauso also nvidia verwendet als monitor g-sync und und amd verwendet freezing die technik dahinter ist die gleiche auch wenn dann zum beispiel nur freezing auf dem monitor steht können die oftmals auf g-sync also wir sind das ist kein eigenes ding unbedingt heißt auch nicht zwangsläufig dass die miteinander kompatibel sind das heißt was was bedeutet das unterm strich diese technik sorgt dafür dass das monitor und grafikkarte sich miteinander abquatschen was die fps angeht und dass du im prinzip kein tiering hast also ein schlieren was du kennst wenn die schnelle schnelle bilder bewegen und du hast uns so eine verzerrung dazwischen ich kann dir sagen was für ein bildschirm ich hab das weiß nicht aber du hast doch mehrere ja ich hab nur zweimal denselben wenn du mir das modell reinschreiben kannst gerne also es müsste du siehst es auch in den in den anzeigeeinstellungen von windows kannst du die wieder schlager wer anna kannst du ja kannst du mich unter den hdr einstellungen siehst du nämlich was du monitore du hast dann kannst die bildschirme auswählen ich habe einmal hier mach ruhig einen screenshot davon oder von mir aus schreibt mir das modell dann check ich mal was das ding für daten hat und dann davon mache ich jetzt letzten endes abhängig weil ich wenn ich wenn ich da sehe du hast reine g-sync monitore dann werde ich ein teufel tun und dir ein amd system also ein amd grafikkarte daran sitzen das modell wissen also ich brauche nur das ich brauche nur das modell von einem monitoren das muss ich will das ist auf dem wir habe ich immer das streaming programm laufen Bibi, bist du noch im Stream von Beppo? Bibi 24c 4, G-Sync aus, Freesync Premium以前... Gutharn, dasWeiz der Meghan Profitieren. Den hab ich 2 x Samsung Odyssey. Sondern das Modell.? Nja alles gut! XXX Zählerern... 144 hertz, alles geplant. Gucken wir mal, was hast du da geholt. Nello, ich bin dabei, mir einen neuen PC zu erstellen, weil meiner ist eigentlich nicht gedacht für das, wofür ich ihn gerne haben will. Ich wusste ja damals auch nicht, dass ich das Streamen so weit mache und anfange, Videos für YouTube und so zu machen. Das heißt, ich habe einfach nur ein Tausender Euro im PC gekauft, der erste, der da war. Aber wenn ich am PC spielen will, zum Beispiel Anime Party oder so, fuck das ganze PC ab. Offiziell macht sie Videos für YouTube, die will doch nur Rendering für Only Toast machen, das ist alles. Jetzt kommt alles raus, die finanziert sich das ganze Ding. Nimm zwei Grafikkarten, zwei Grafikkarten soll ich nehmen. Was? Ja, schreibt er. Also Luxi, der gerade hier mal den PC macht, da ist der Spezialist da drin, der ich vertraue dem, was man macht. Oh, jetzt gucke ich gerade mal so. Deine Monitore schreien förmlich, ich will AMD haben. Jetzt gucken wir mal, ob die sich genauso freundlich behalten würden, wenn ich eine Nvidia reinhänge. Falls nein, also laut Speck freuen sie sich, wenn sie eine AMD Grafikkarte drin haben. Okay. So, jetzt gucken wir mal, ich weiß es. Ich muss lachen, weil ich sehe, ich sehe Jana damit ihren Erdnissen. Ich mache gar nichts. Guck mal, mal alleine wie sie geguckt hat, wenn du wieder mit den Nüssen erwischt hast. Wie so ein Kind, dass du gerade in der Keksdose erwischt hast. Ich habe gar nichts gemacht. Nein. Ich habe gar nichts gemacht. Ich war ganz brav gewesen. Ich habe nur ein Bier getrunken. Ich habe nur ein paar Nüsse geklaut, alles gut. So, jetzt gucken wir mal, ob das Ding auch. So, Freunde der Sonder, da gucken wir mal, ob du auch Nvidia G-Sync kompatibel bist. Oder ob ihr nur Scheiße ladet. The best gaming monetar setting. How to properly use G-Sync. Ach, Leute, wie man G-Sync verwendet, weiß ich. Ich will wissen, ob der Monitor auskommt. Ah, ist Beppo wieder da, aber er sagt nichts. Doch, ich habe gesagt, ich bin wieder da. Entschuldigung. Spiel kann dann nicht mehr mit dir. Ne. Achso. Er ist vor drei Runden, dann ist der rausgegangen. Was haben wir als nächstes zu machen? Wow. Errechne ich die 50 abschließendste kurze Nachfrage. Wie Kevin. Hm. Das ist ja ein richtiger Cheetah-Monitor, mein lieber Scholli. Ja? Green Assistance. Erstmal schöne Fadenkreuze spawnen auf dem Monitor. Ja? Ja, sie macht alles Nose-Go. Ja, deswegen macht die Nose-Go. Pass auf. Deswegen Rush die da und zack, zack. Das ist gar nicht wahr. Okay, als wir die Bildschirme gekauft haben, ich wüsste, ich habe einfach nur den Ding genommen, der am, Sarkis, der am hübschesten ausgesandt hat. Ja, ja, muss er sich jetzt aufhören. Ja, ja, am Anfang mit Bling-Bling und hat sagt, man sagt, oh, ein Shading-Funktion auch. Nee, der MSI, der war wirklich, der war übelst runtergesetzt, ne? Deswegen habe ich den damals genommen, ne? Wollten Sie mir auch mal eine Waffe lassen, oder wie sieht man aus? Entschuldigung. Hm. Ähm, ich suche dir eine. Also, Patronen hätte ich ihm angebohrt. Patronen? Ähm, der MSI war wirklich echt, echt willig. Ja, guck, hast du sogar eine lila Form? Erstmal eine Form. Hast du noch eine? Warte, wo muss man? Legt da einer oben. Viel ausgeschaltet. Wo? Äh, guck, hier hast du eine. Noch eine. Wie viele willst du noch? Erstmal. Du hast mir nur eine weggenommen, ist okay? Egal, ich habe dir jetzt zwei Geschenke, sogar eine lila Form. Hier ist jemand, der noch. Im Haus. Auf dem Haus. Nello, wie gesagt, uh, hinter mir. Wo war der denn jetzt? Auf dem Haus. Ja. Nello, wie gesagt, ich gebe, ähm, mich da ganz in die Hände von, äh, Loxi. Der weiß schon was er noch. Ich habe keine Ahnung. Ich klicke nur. Der guckt nur die Videos von der Bauer. Oh, keine. Wo hast du geschossen? Genau. Nein. Und, uh, uh. Und, uh, uh. Ich sehe ihn. Schieß. Ich, ich, ich hatte den Typ mal Persönlichkeit gelernt. Der Typ ist übel. Und, uh, uh, oder. Ich finde es mal lustig, wenn die Amerikaner versuchen, seinen Namen auszuspringen. Bauer. noch einer ich sehe noch die Füße b ich weiß dass du da bist nein hier los was ist denn hier los wo sind meine Fische meine Fische ich habe nicht genug Ahnung für ein PC zusammenzubauen ich sage das ganz klar ich habe das letztens echt in einem Streitgespräch geschrieben mit jemandem ich war so angepisst ich wollte nicht schreiben willst du mich verarschen deswegen habe ich einfach geschrieben willst du mich rollen ja ich merke schon ich habe echt geschrieben willst du mich rollen ja kommt so ein bisschen auch wenn ich mich hinter der Fahne versteckt kommt so ein bisschen den Orben Ritter aus dir raus oder? in dem Moment ja na ich sterb auch jetzt der hat einfach eine mega Baba Waffe ja oh lag der Mistkerl schon wieder aber jetzt könnten wir breit machen machen meister ich fühl meine Musik ja ich hasse es ich hasse es 1 kam herstellen und nicht einfach klartext ich hasse so einen guten scheiß markt den Filzen k was ich habe ein schuss das sind meine minzen herpistisch das ist eine schwierige entscheidung was haben wir denn da ich habe eine ähnliche richtung entschieden wie dein Kollege dass ich da ein bisschen mehr Knüppel aus dem Sack gelassen habe was zumindest Betriebssystem angeht Mainboard habe ich ein besseres genommen also ich maximal 50 Euro drüber über dem was er gemacht hat vielleicht kann ich ja noch ein bisschen runter kommen nein ich habe deine Nuss gesehen das klingt einfach nur falsch zeig mir deine Nussse wo ist Katnuss Herr Bühler nein das ist der von Madagaskar wie hieß er noch mal? King Julian du musst mit der Huf wackeln ich zeig mir gleich noch andere der Nussse Maurice, du musst mit der Huf wackeln Maurice ist reingeste nein tausend Leute ja auch schon boogiebaum schön gemacht ja, ich hab etwas boogiebaum gesehen gewonnen Wollt ihr einfach ne schnelle Runde jetzt spielen, oder? Ja, ich fick die jetzt weg. Ich fick sie jetzt weg. Ich fick sie jetzt weg. Ich fick sie weg. Du sprichst keine Prinzessin, oder? Ja, wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Nein! Er ist ja nicht da. Ich werde mich verlassen heute. Nein, was ist denn geschickt hier? Was schießt der denn? Bitte. Junge. Ja, natürlich. Ich strebe ich um, kriege ich Kugel durch den Kopf. Okay, hier muss ich ein bisschen mehr nehmen. So, okay. Hoho, headshot. Oh, ich hab ewig Kanda erschossen. Oh, ich hab ewig Kanda erschossen. Oh, guck ich schießen mehr! Was ist los? Du hast nen Kill? Hm? Ist doch gut. Oh, das ist auch. Ich hab auch nen Kill. Auf dich Beppo. Hä? Auf dich Beppo. Wie, auf mich? Keine Ahnung. Ich nehm den Jagajuba. Ich nehm den Jagajuba. Auf dich Beppo schießen sie. Ich nehm den Jagajuba. Ja, das weiß ich. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ob ich die Mumien, ich halt. Ja, sogar. Weg. 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 Ne, nicht weg. 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 Schließend sie. Na, noch einer. Ah, schießen sie. Ja, ich brauch ne Brille. Danke. Das war ein ultimativer Kill Klau. Terminal wäre ideal, weil da kann man gut Klaimers hinlegen. Also ich habe lange jetzt hin und her entschieden, aber ich denke, ich bin soweit. Den perfekten PC. Danke, für das, was du machst, definitiv vollkommen mehr als ausreichend und damit schießt du eigentlich mehr oder mit der echten Vogelart. Denkt er auch. Richtig Bling-Bling. Vom Gehäuse her kannst du halt dann noch selber entscheiden. Also da will ich nicht für dich vorweg entscheiden. Ich sage mal so, ich habe das Bling-Bling-Gehäuse genommen, das keine zusätzlichen Kosten verursacht. Der Aufpreis von etwas mehr ist, wenn du es so willst. Er hat die Home-Edition genommen, aber hast du nicht mal einen Lizenz-Key dazu. Das heißt, du hast noch nicht mal einen Key dazu, wenn dir das Ding abschmiert, hast du einfach kein Key und darfst ein Windows neu kaufen. Total hinrissig. Dann habe ich gesagt, okay, die sollen dir das mit installieren, freiwert draufhauen, etc. und sollen dir den Key mit dazulegen und fertig. Dann kannst du nämlich mehrfach nehmen. Klingt logo, klingt logo. Oh, Schäbner. Das ist der Aufpreis von 50 Euro, den man halt mehr bezahlt. Und dann kommt es halt drauf an, was du für ein Gehäuse haben willst. Da musst du halt selber entscheiden, was du sagst, hey, will ich haben und muss ich haben. Aber der Rest ist alles. Also ich vertraue euch da. Ich habe echt nicht viel Ahnung davon. Ich gebe das ja auch zu. Dieser Arctic Liquid Freezer, ich habe halt eine ähnliche Wasserkühlung genommen wie dann wieder ein Kollege. Ja. Nur ich habe ein bisschen knüppeldicker genommen, weil der Aufpreis lohnt sich in dem Moment. Weil das Ding in sämtlichen Tests wird genau dieses Teil verwendet und es hält. Und es wird halt für Extrem-Tests sogar verwendet. Und hält dir die CPU schön kühl. Nein! Besser geht schon, bezahlst aber wesentlich mehr. Und ich finde einfach, es ist nicht gerechtfertigt. Und Arctic Liquid Freezer ist eigentlich genau das vollkommen ausreichende. RAM, wie gesagt, habe ich auf die Hälfte reduziert. Du brauchst keine Schäden, wenn du hier. Falls ja, dann, das sind zwei RAM-Regeln, die steckst du rein und dann kriegst du günstiger. Momentan zahlst du für DDR5 sehr viel. Ja. Vergleichweise würde ich einfach das Geld woanders besser reinstecken. Ich bin von den SSDs gleich geblieben wie dein Kollege. Ja. Weil, darunter ist eine Verdunftsentscheidung. Also wenn ich noch etwas mehr drauf liegen würde, dann, wenn du mehr Geld bezahlen willst, 10, 15 Euro, jo, dann kann man noch ein Stückchen höher gehen auf die Kingston. Das ist aber eine Frage, ob man das machen will. Die haben halt 2000 Megawalt pro Sekunde mehr Schreibrate. Wenn man das haben will, okay. Wenn du sagst, hey, Pfeif drauf auf diese... Das nutze ich eh nicht und merke ich vielleicht gar nicht so. Interessiert mich nicht. Riesen Datenmengen und herzuschieben. Nee, dann Pfeif drauf. Ja, dann würde ich die gleichen SSDs nehmen wie dein Kollege auch. Festplatten, SSDs hinzufügen. Nö, ich würde aber deine alten Platten, die du in deinem jetzigen Rechner hast, die kann man einfach in den neuen einfach mit übernehmen. Fertig. Das stimmt, du hast. So. Netzteil habe ich mich für ein stärkeres entschieden, im Gegensatz zu deinem Kollegen. Weil dein Kollege hat ein Netzteil gewählt, bei dem du fast 90% Vollauslastung hast von deinem Netzteil. Das ist nicht gut. Also 90% Auslastung freuen sich die meisten und sagen, oh geil, hoch effizient. Aber ein Netzteil, das Warmloft ist immer scheiße. Ja, kann ich mir vorstellen. So. Und dann ist auch nicht mehr viel Luft nach oben. Das heißt, wenn du mal überlegst, ein fetteres Ding zu kaufen, wenn der Trend geht, momentan eher zu Grafikkarten, die ein bisschen mehr Saft brauchen. So, und wenn du dann eine stärkere Grafikarte reinhängst, als die, die du jetzt, die ich da vorgeschlagen habe, für Warmloft ist viel Pech, steigt dann dieses Netzteil einfach aus. Sagt einfach, nö, mach ich nicht. Und dann bleibt das Bildschirm schwarz. Oder es brennt. Oder es brennt, mindestens noch ein bisschen mehr Luft. Und vor allem, das Netzteil bleibt kühler und es muss nicht den Lüfter so ewig durchdrehen. Würde ich nicht machen. Von daher habe ich eine Vernunftsentscheidung, etwas stärkeres Netzteil. Und von BeQuiet, da macht man definitiv nichts falsch. Definitiv nichts. Das ist völlig ausreichend. Ansonsten, Lüfter habe ich mich dagegen entschieden, weil das Kreuzer, das ich gewählt habe, ist voll mit Lüftern. Du kriegst nirgendwo riesig was rein, außer du machst eine YOLO-Bast-Lösung mit Kabelbindern. Oder so in der Richtung. Ansonsten, und ja, die leuchten. Kriegt man hier in der Kupps nicht? Die Kupps, ich bin da. Gern? Ansonsten... Ich sehe sie, ja. Ist die Frage, Soundkarte hin oder her, ich habe jetzt keine gewählt. Ist die Frage, ob du sie brauchst oder nicht, weiß ich nicht. Wenn du da mit Soundkartenwesen, also audiophil unterwegs bist, dann willst du eine Soundkarte. Ich weiß nicht mal, was eine Audio-Karte ist. Das weiß die schon, weil sie hängt ja, sie hängt ja mit dem, wenn du eine Klinkenstecker hast. Hast du USB-Headset oder Klinken? Ja. Ich habe, äh, äh, was, ein USB-Headset? Nee, nee, nee. Bluetooth hast du, ne? Ja. Ja, na. Uh, Collateral. Also passt. Ja, also bist du nicht audiophil. Alles gut. Audiophile meiden nämlich Bluetooth. Trotz aber sowas. Naja, sie ist, das ist auch das einzige Hälfte, das ich nutze. Ja, dann wäre das die Vernunftswahl. Also, das wäre, das ist die fetteste AMD, die du kriegen kannst, du liest im Preisvergleich drunter. Ja, ich habe nicht das Referenzmodell genommen, dann hätten wir nochmal 70, 80 Euro gespart und das Referenzmodell von AMD ist lauter und beschissener. Jeder, jeder Test hat nachgewiesen, das Referenzmodell lass das lieber. Und wie gesagt, das ist so, deine, deine Monitore schreien für mich danach in der AMD-Kartikart. Nein! Weil dann kannst du das voll ausfahren. Mit dem Setup wärst du eigentlich ziemlich safe. Ziemlich safe. Ich glaub dir da, also es kann nur besser sein, als das, was ich momentan habe. Das ist nicht schwer. Ja. Mit dem Setup, ganz ehrlich, damit rauchst du sie auch. Es gibt fettere AMD-Prozessoren als den, den ich da gewählt habe, aber zum Gaming reicht der 7800 X3D vollkommen aus. Das wird dir auch davor bestätigen. Ja. Was, was anderes willst du nicht? Das ist eine Traum-CPU, was, 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 was antwortet. Hm. Ja, brauchst du nicht. Wie ist die Qualität bei den Streamen, fragt Mello? Wie, was meinst du jetzt bei den Streamen? Meinst du hier auf Fit? Die Sache ist, wir streamen auch nicht auf allen Platz, sei, Plattformen gleiche Quali. Ich weiß, ich kann man auf YouTube besser streamen oder schlecht was tun? Höher. 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 Höher, du kannst bis zu 4K. Sogar inzwischen 8. Ja, aber da muss die Leute nicht schlafen. Ich kann keine Internetleitung in die Knie. 8, Mann, wow. 8K. Ja. Da kommt eine Betäubung für danach. Die kann man durch den Bildschirm. Ja. Das ist 8-Fache von dem, was dein Bildschirm jetzt gerade kannten. Laufen ist. Du, das ist immer die Standzeit-mäßig, du unterwegs bist. 1,50. Ja, aber die Technik wird immer besser, weißt du. AMD am schlechtesten abgeschnitten, schreibt jemand in den Chat. Abhängig und vom Gebrauch. Bisschen abgeschnitten. Komm, jetzt kommst du noch woanders was. Ich weiß nur, was du spielst. Ja. Ich wüsste noch gar n wo. Pass auf, der hat gewinnt. Der war über das Dach. Und weg mit dir. Und weg mit dir. Deswegen Intel Arc wegen Streaming. Hä? Hier. Ja. Gleich in dem LKW-Trends haben wir gesehen. Ja. Ich weiß, was da rauskommt. Die Intel Arcs. Also wenn man sich jetzt auf die Grunddiskussion von Intel Arc einlassen will. Oh, scheiße. Da ist was raus. Ja, wenn du rein 1080p machen willst, kannst du eine Intel Arc nehmen und nimmst ein Intel System. Ja, kann man machen. Ist da nicht am... Also die... Wir reden hier von der 7900 XTX. Nein, die schießt die Intel sowieso ab, was das angeht. Ja, natürlich hat Intel einen Chip drauf, der das Streaming ein bisschen smoother macht. Aber sie will ja größere, fettere Titel zocken. Und größere, fette Titel bedeuten halt nochmal, dass sie mehr Power braucht. Und wir reden jetzt vom Preis-Leistungs-Verhältnis, wo sie jetzt zukunftssicher ist. Die Intel Arcs sind zukunftssicher. Keine Intel Arc, die jetzt raus ist, ist zukunftssicher. Never ever. Die kannst du in zwei Jahren, wenn du reines Streaming betreiben willst, dann kannst du nach zwei Jahren in die Tonne treten. Sie will ja nicht, sie will ja die Option offen haben, 4K mal irgendwann zu zocken. So, das kannst du mit einer Intel Arc, kannst du dir in eine Pfeife rauchen. 1080p bin ich bei dir. Vollkommen klar, aber sie will ja mal 4K spielen. Was machst du mit einer Intel Arc? Wo eine Intel Arc aussteigt, dann fängt diese AMD-Grafik gerade an zu husten. Ja, das ist die Technik, die sich dahinter verbirgt, um Streaming zu optimieren. Das ist ein Chip, der sich rein, der auf der Intel Arc sitzt, der das Streaming optimiert. Wir reden hier von 1080p, das heißt Full HD. Jetzt versuch mal mit einer Intel Arc 4K zu zocken. Triple A. Und jetzt sag mir mal, wie viel FPS das Ding hat. Ohne, ne? Ohne Optimismus. Was schreibt der, Spielen ist die AMD zu da und als Zweitkarte die Intel Arc? Ja, sie könnte eine Intel Arc als zweite Grafikkarte einbauen, aber das ist ein bisschen ein Overkill für das, was sie jetzt gerade aktuell betreibt. Ich bin auf dem Buch. Das heißt, du hast, wenn du jetzt, wenn du jetzt mal, was du betrachtest, du baust eine zweite Grafikkarte ein, rein für Streaming, kannst du machen. Das ist richtig. Aber wir reden hier von einem 7800 X3D, das heißt, das Ding kann auch nochmal ein bisschen unterstützen bei der ganzen Kiste. Ja. Ich brauch keine Minition. Intel Arc, wie gesagt. Aber zweite Grafikkarte, wo soll die damit hin? Dann. So, das ist ja keine Optimierung von 200%, wie man gerne immer annehmen wollen würde bei zwei Grafikkarten. Wenn du ganz optimal unterwegs bist und du lässt das Ganze laufen, dann sind wir vielleicht bei einer Optimierung mit viel Optimismus 150%. Und dann hast du schon viel auf den Messen. Tja, aber warum? Okay. Er hat mich geholt, da waren drei Stück. Wow. Wie soll ich was tun? Wenn du einfache Titel gespielt hättest, wie rein Fortnite und auch ich stream mal und alles andere drüber hinaus, ist mir wurscht, spiel Minecraft. Ich hab' ich gesagt, ich hol den Intel Arc, stream damit, sei glücklich und gut ist. Aber du willst ja mehr machen. Ja. Ja, dann steigt dir die Intel Arc aus. Ich will Minecraft mit Shader spielen. Ich will auch bei Minecraft spielen. Voll der Schmur und Unglück. Ich wollte gern die Lego-Spiele alle so ein bisschen spielen oder Farm-Simulator oder sowas. Barbie. Nein, Cindy auf dem Reiterhof. Es gibt ja auch Döner-Simulator. Ich verstehe es, es geht mir nur ums Streamen, nicht ums Zocken. Ja, aber auch streamen, Mann. Ich bin kein Mom zu sein. Ich bin so scheiße, ich schieße zweimal daneben. Um Streaming hast du, wenn reines Streaming angeht, hat er vollkommen recht. Wenn du reines 1080p-Streaming machst, nie irgendwas anderes machen willst, keine AAA-Titel zocken willst, die drüber hinaus schießen. Das heißt, du kannst mit einer Intel Arc, kannst du zum Beispiel Cyberpunk spielen, aber nicht auf volle Auflösung. Dann kommt auch Intel Arc langsam an seine Grenzen. Aber für reines Streaming, ja, hätte ich gesagt, wunderbar, nimm dir eine Intel Arc, sei glücklich damit und das war's. Aber sie will ja, wir versuchen ja hier beides unter einen Hut zu kriegen. Streaming als auch zocken. Und Zukunftssicherheit. Und die Intel Arc ist in keinem Fall zukunftssicher. Was zumindest AAA-Titel oder ähnliches angeht. Oh, Junge. Kommt dir nicht hinterher. Aber Intel, ich will Intel als potenzielle Grafikkarte für die Zukunft nicht ausschließen. Die haben definitiv an die einen, haben die gute Grafikkarte, keine Frage. Man muss bedenken, auch wenn ich aufhöre mit Zocken, äh, mit Stream, dann zocke ich ja immer noch, ne? Ich mach das hier dann auch nicht mal Off-Stream, also. Und dann darf man ja auch nicht vergessen, ne? Du willst ja noch Video-Rendering machen, ein bisschen, da ist AMD, ich drehe es den, jetzt, der DMG. Und zwar, Intel hat zwar, was das angeht, aufgeholt, aber AMD ist da nochmal König, ist da eine Königsdisziplin für AMD. Schließlich müssen ja irgendwie die On-Dito-Videos ja gerendert werden, ne? Ja, hör auf wieder mal. Ja, ja, ja. Also bitte. Das ist mir schon klar, zum Zocken würde ich einen zweiten PC hinstellen. Leute, wir sind nicht reich, ne? Warum hast du gekonnt? Ich bin in der Lobby, Jana. Ja. Wir sind nicht reich. Wenn du, wenn du, wenn du dann, also, ganz ehrlich, wenn du, wenn du so weit gehst, ja, dann hätte ich gesagt, weißt du, hol den Intel Arc, hol den schönen Intel-Prozessor, dann lass die beiden miteinander, stell die hin und sag, Freunde sollt ihr sein, ne? Alles gut. Dann wäre ich dabei gewesen, aber sie will ja einen rechnen. Puh. Und ich, äh, sie hat ja nicht so, die Aufgabe war, stell mir einen Rechner zusammen, mit dem ich zukunftssicher bin, äh, streamen kann, zocken kann und, äh, weiter hinausgehen kann als Full HD. Das war meine Aufgabe. Hm. Doch, du hattest, könnt ihr einen Fretreeper planen. Hm? Willst du noch spielen? Willst du noch spielen? Okay. Herr, der Arme. Das ist halt immer so eine Sache. Sowieso, Nello, ich hab ja einen zweiten PC hier stehen. Haben Sie? Nein, meinen. Stimmt, du hast den zweiten. Den ich, den ich ja momentan habe. Ich werf den ja nicht weg. Ach, was machst du denn damit? Ich hab ganz Bock. Blumen reinstellen. Du kannst einfach so stehen, oder? Blumen reinstellen. Keine Ahnung, keine Ahnung. Ich hab am Anfang überlegt, ob ich ihn Salva geben will, wenn er ihn will. Weiß ich nicht, ob er ihn will. Wenn nicht, dann, äh, keine Ahnung. Also wegschmeißen mach ich ihn sowieso nicht. Das ist behindert. Hast du ein Bild, oder? Auszugeben. Machst du hier ein schönes NAS draus. Sie macht einen WIG draus, um... um Krypto zu meinen. Genau, Krypto Mining. Sie macht ein... Das wird... Das wird mein Computer für das Darknet. Ja. Weil das Darknet auch total so viel Performance braucht. Ja. Nee, also, ganz ehrlich... Nee, der, den ich momentan hier stehen hab, das wird mein PC für Darknet mit sehen müssen. Das wird ein Onion-Router, wird das, ja? Das unterstützt das Darknet mit. Da mach ich dann meine illegalen Mafioso-Geschäfte. Ja, dauert, dauert dann nicht lange, stehen sie dann vor deiner Tür, du. Ja. Das passiert. Dann siehst du nur Kim so sitzen. Ja, dann geht mal zu Hugo, der hat noch keine Steuern gezahlt. Pass mal auf, dass ich dann eher so komm, dass es, wenn dann klar ist, dass Kiwi wegen sowas in den Knast müsste, weißt du was, ich hau demnächst mir noch den nächsten Idioten hier einen auf die Schnauze, das ist vielleicht nett. Ja, komm, es ist weg! So, echt Tal, weil wir das für mich in den Knast gehen, ich glaub nicht. Tja, aber hallo. Nein. Sagst du aber, hier, ich geh nur in den Knast, wenn du nicht mit dir die Zelle teile. Dann ist alles gut. Ich danke nicht, ähm. Ich denk nichts. Hallo, wie soll sonst der Nachwuchs entstehen? Knastkiddies. Knastkiddies, genau. Ab in die Knastschule, so. Durch Kiwi, wie sie dann in der Zelle dann schön die Brote schmieren für die Kiddies. Und wo hast du dein Abi gemacht? Ja, im Knast. Genau, ne? Weißt du, ne? Da seh ich nicht so Kiwi, weißt du, so, so, äh, so ein bisschen wie, wie ein Ritter sich so ausdrücken, ey, lass dich ja nicht rollen, ne? Wenn dir jemand dumm kommt, hau mal auf die Schnauze. Und von der Gruppe, ganz wichtig, nimm dir den mit der größten Fresse vor. Willst du mich rollen? Ja. Nimm dir den mit der größten Fresse vor, und wenn der frech wird, schnapp ihn dir. Ich mach den zu meiner Bitch. Ich denke, es gibt keinen Menschen auf der Welt, der für mich in den Knast gehen will. Ja, da geht's noch. Kevin. Wir gehen zusammen in den Knast. Ah, wir gehen zusammen in den Knast. Ja, wir gehen zusammen in den Knast. Ja, natürlich, und selber zusammen in die Zelle teilen. Ah, das geht nicht. Es gibt auch Männer und Frauen nicht mehr. Sag doch sowas nicht. Ah, ich hab's mir rüber noch gesehen. Gibt's da im Knast Liebesbrüche untereinander, ist gut. Das ist ein Blödsinn, ich geh nicht in den Knast. Nur weil's den Onion Router aufgestellt hat, ne? Ich geh nicht in den Knast. Mach's das richtig, nimmst du den alten Rechner und sagst, bleib er, mein Schatzi, stell den Onion Router bei dir auf. Ach man, ich würd das nie machen, no. Schatzi, ich würd gern einen Onion Router haben. Kannst du das für mich erledigen? Ja, machst du doch, oder? Du beliebst mich doch, oder? Ja. Quatsch. Er kommt ja jetzt nicht mal in den DC rein, also, soll ich sagen. Tja. Hat ja nie lang gedauert, bis er die noch verliert hat. Ja, wirklich, unentschieden. Das hast du, das hast du, das hast du halt von deinem Pulli-Schnüffeln. Mhm, da riech' dich mal nach ihm. Du musst halt den Duft mitgeben lassen, dass du nach-nach-parfümieren kannst. Das macht Jana, Jana geht spazieren. Ja, ich muss aufstellen, ich bin alt, ich muss aufstellen. Bin ich nicht älter als du? Ja, über die paar Monate. Ja. 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 Bei den Tarnungen schließt du ihn auf welchen Levels du brauchst für die nächste Mission. Mit welcher Waffe, ja. Ja. Das ist dann plötzlich die Lashed-Sniper, wo ich muss machen. Oh, ich bin bei der zweiten. Du, noch kannst du mehr aufwinken. Ich muss mich grad richtig zusammenrauschen, diese Popfiguren hier nicht aufzupacken. Jana, ich switch nur kurz, ich komm zurück. Hardcore Team Deathmatch hat alle Agenten, Feuerfreigabe erteilt. Absolut totverdient. So scheiße geschossen. Ich trete da Kiwi so in ein paar Jahren, weil sie mit ihren Kiddies da sitzen sollen. Weißt du, sie sind am Fortnite am Zocken. Ey, Junge, ne? Sagst du, es ist... Was, wie zockst du da eigentlich? Campst du? Ey, ich schäme mich, wird dich echt fremd, ne? Genau. Spielgefällig ist gescheit, ne? Du trägst meinen Familiennamen. Das geht gar nicht. Ne, trägt ja dann den Familiennamen von meinem Mann, ne? Muss nicht. Ja, muss nicht. Kannst auch Doppelnamen machen. Vielleicht mache ich auch einfach keine Kinder. Naja, adoptieren geht ja auch. Wer sagt, ich muss Kinder machen. Ja, komm. Magazinwechsel! Ich bin die Eltern. Zu alt, wollen sie. Ja, na, ich bin ein bisschen... Ich kann mal nachfüllen dazu. Ja, bitte auch, wir uns überflug. Die ist doch nicht so alt dafür, das ist eher so... Das ist die Midnap-Crisis, das ist aber auch anders. Ist nicht so alt. Ja, ja. Da liegt noch einer. Geht böse auf die Knochen. Nein! Wenn ich ganz ehrlich bin, ich glaube nicht, dass ich eine gute Mutter wäre. Das ist einfach das. Klar bist du eigentlich, du mal... Und dein Energies, die du trinkst, ist das Schatz. Ist das drin, oder? Das ist eine Ice-Tee! Bist du sicher, dass da kein Schnaps drin ist? Nein, kein Schnaps drin. Also laberst du nüchtern so viel Mist? Wo weiß ich denn? Ich laber keinen Mist. Ich bin der besten Überzeugung, dass ich... Warum? Was laberst du eigentlich für ein Kram zusammen? Nein! Wirst du dir eigentlich manchmal selber sagen? Ich habe das schon oft gesagt, dass ich glaube, dass ich keine gute Mutter wäre. Was soll ich denn sagen? Was laberst du eigentlich für ein Kram zusammen? Du musst es erst testen, bevor du sowas sagst. Ja, aber ich mach doch nicht ein Kind und dann bin ich eine scheiß Mutter und dann habe ich den in der Backe. Wieso? Das ist einfach nur Adoption frei. Ja, es gibt ja Babyklappen und so. Oh, das hat der... So geht's euch ja wohl gut. Ja, genau. Ey, das ist so zäuer wie ich behandelt wohl. Ja, aber gerade du als Adoptionskind haut so'n Scheiß raus. Ja, ich wurde auf die Straße gelegt. Ja, aber... Die geht dann her so, trennt sich von Cyber und sagt, hier, den hast du gezeugt, den kannst du haben. Ich gehe. Ja. Wer sagt denn überhaupt, dass ich je in meinem Leben Kinder mit Cyber machen werde? Mit Kevin? Auch nicht. Auch nicht. Ach, jetzt stelle ich nicht so an. Wer sagt, dass ich überhaupt hier in meinem Leben Cyber heiratete oder mit ihm zusammengeheben werde? Ja, komm, dieses Mein-Mann-Gerede geht doch jetzt schon los, ohne Ring, ne? Was laufest du? Wo ist mein Mann denn? Wo ist er denn? Ich spiele lieber alleine als mit mir. Das klingt einfach nur falsch. Ja. Da musst du mal ein bisschen überzeugender sein. Ja, will nicht. Soll ich dann... Gehst du mal kurz off-stream, schickst mal ein Bild, sagst du, hier, Schatzi. Das macht doch nicht, wenn du reinkommst. Kommt trotzdem nicht rein. Ach, was laufest du? Alter, wer hat den jetzt weggesommen? Na? Ich sterbe. Ihr denkt alle schon, ich würde hier Kinder machen, links und rechts, aber... Ja, drei, vier, ich würde mal... Ja, drei, vier, ich würde mal... Ja, ja, elf, 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 elf... Elf, zwei, meinte der ganze Fußballmannschaft. Ja. Richtig. Ich mach's für die Sonnen, die ich mach's. Ich mach's für super. Ja. Aber bitte nicht mit die Kelly-Fam gehen, ne? Also das ist eher so... Hinter dir! Weniger wär besser gewesen, ne? Die wollen uns auch. Und wir machen frisch und fröhlich Weite. Äh, hoch. Buchstäblich. Naja, Kindergeld kommt nicht von alleine. Na? Kindergeld ist da. Ach, komm. Habe ich jetzt echt ein Handy versaut? Ja. Ich hab ein Handy versaut. Kannst du nur. Schäm dich. Mann, der stand ein Zentimeter vor mir. Oh mein Gott, du kleine... Hier, Kiwi, ne? Und deinen neuen Rechner hast, ne? Also es gilt gleich das Ding nicht aus. Aber Oni-Tuss ist schneller. Ja, deine Oni-Tuss-Streamen kommen besser, oder? Das ist definitiv. Die werden ja auch schneller gerendert für Porn-Up. Ja, alle. Wow. Das ist definitiv, das ist nicht schwer. Geht dann in Masse. Und dann gehst du nur noch her. Und machst das modern. Gibst die dann nur noch so, äh... Praktisch nur noch, äh... Diese KI-Bild-Generatoren, mach mir mal ne Reihe von neuen Bildern. Komm. Hier. Das sind meine Füße. Mach was draus. Nein, einfach sucken. Das sind meine Füße. Mach was draus. Lütze. Du siehst auf einmal die Bilder. Hey, das ist aber geil. Die sind aber geil lackiert. Also auf die Idee wäre ich bisher nicht gekommen. Mein lieber Scholli. Wenn ich das alles hier... Wenn ich das hier alles in Luxemburg hätte machen lassen, ne? Welche auf welcher Arm? Gut, dass ich einen KI-Generator habe. Kommst auf Ideen, Mann. Ja, aber hallo. Ich sehe keine Gegend. Ich sehe keine Gegend. Das ist doch gut. Warum hast du so? Ich bin Blödsinn. Ne? Mach doch nicht. Boah, dann steht der Arm fest. Dann sei ehrlich, bin ich's nicht mal. Mach du's also. Na, dann muss es ja tun. Und bevor dann wieder so kommt, ja, ich werd alt. Ich werd nie für die Kinder zeugen. Ich hab gesagt, dass ich nicht alt bin. Ich werd nie beschissene Mutter sein. Ich werd nicht gesagt, dass ich nicht alt bin. Und was du nicht alles erzählst. Aber, wenn ich das glaube... Das muss ja nicht sein. Aber es kann aber sein. Nein, das kann nicht sein. Das kannst du erst wissen, wenn du es versucht hast. Ja, genau. Ich hab viel Vertrauen in mich. Kann jemand mal vorbeifahren und die einfach mal abfüllen? Die ist ja echt... Macht der was in den Eistee. Die hat eine Flasche Malibu neben dem PC. Ja, aber das bringt doch nichts. Wenn das Ding zu ist, dann hast du auch keinen Spaß daran. Peppo, oute bitte meinen Alkoholkonsum. Ich... Die hebt sich die Flasche für Salva auf. Ach was, Mann. Hör doch, der nicht auf von Salva zurück. Er ist nicht einmal da. Okay? Wo ist er denn? Keine Ahnung. Deswegen. Redet nicht von ihm, wenn er nicht da ist. Er kann sich ja gar nicht wehren oder antworten. Salva, komm rein! Genau, richtig. You're my heart, you're my soul, ne? Oder wie sagst du mal so? Was ist das denn? Deswegen kommt er bestimmt nicht rein, weil die Sohn sollen Bullshit haben, wei. Ja, komm aus. Da musst du dich auch mal ein bisschen zum Lachen zu bringen, wenn du da so mit fast schon so einer Endzeitstimmung hier... Ich vermisse ihn halt, stell davor. Ach, jetzt komm, jetzt schieb nicht Depris wegen solchen Sachen, ne? Ganz ernsthaft. Ja, du sagst ja my heart, my soul. Er wird mit anderen Leuten in den Gänzen. Ganz ernsthaft, vorhin hast du noch eine Frage gestellt, ob du den Mann überhaupt heiraten willst. Ich dachte, ich vermisse ihn doch anders. Die Frage steht ja natürlich im Raum, also hallo? Ganz ehrlich, fehlt nur noch, dass du so unser Messer hinlegst. Ich fang mich gleich an zu rützen, wenn er nicht da ist. Das hast du nun davon. Guck, du zeigst es dann in die Cam, ey, weißt du? Äh, was? Ich würde auch nicht... Ja, ich bin aus dem Match geflogen und dein Profil wurde abgemeldet. Was läuft denn hier? Du bist noch nicht mal online bei mir. Wie, hast du denn gemeldet? Nee, gar nicht, ich hab einen ganz anderen Unionsspieler. Ich war gar nicht mehr in den Drin. Wenn du Konflikte habt, könnt ihr das lieber außerhalb, ne? Ich war nicht mehr in den Drin. Ich weiß, wo sie wohnt. Ja, aber bei Wippo... Du hättest die Flasche Malibu nicht erwähnt. Ich würde von ihm eigentlich fragen, aber ich würde es lang spielen. Die Flasche Malibu hättest du einfach nicht erwähnt. Das war jetzt die Retourkotsche dafür. Ich geh jetzt aufs Reicht. Du hast den Alkoholkonsum-Mega-Auto. Ich geh jetzt aufs Reicht. Ich geh jetzt aufs Reicht. Weißt du, was das Schöne ist? Sie hat ja die Kopfhörer auf, das heißt, man kann lästern, ohne dass sie wiederhörte gibt. Das lädt völlig dazu ein, richtig Spaß zu haben, Freunde. So richtig, richtig Spaß haben. Einfach ein bisschen lästern. Lass euch mal was einfallen. Zeit überschreitet. Ich bin zu ruhig dafür, dass sie gerade weg ist. Ich bin konzentriert dazu. Die Kim riecht nach Fisch. Und die stinkt. Sie, die stinkt, ey. Backfisch. Aber nicht von der guten Sorte, den richtig liegen gelassen. Ne, diesen schwedischen Fisch. Ah, das ist Süß-Stürming. Süß-Stürming. Das sieht nicht gut aus. Irgendwie komme ich nicht mehr rein. Noch irgendwas eklig, was euch einfällt. Mir fällt da gerade nur ein, so ranzige Leberwurst, der wird in einem dreckigen Aschenbecher oder so. Ja, ganz ehrlich. Kiwi ist schon so eine gefährliche. Weißt du, die sagt dann so, ach ja, ich schaff das nicht und so. Weißt du, das ist einer von diesen Kandidaten. Das ist so einer von diesen Kandidaten, die so in der Schule so eine 2 geschrieben haben. Oder weißt du, so eine 1- und rumheulen, dass es keine 1 ist. Ich hab bestimmt völlig schlecht in Ruhe. Und dann kommt da ihre Note so 1 oder 2. Ja, ja, richtig. Da weißt du, das ist so, sie schreibt dann eine 1- und sagt so, und fängt dann an zu heulen, es ist keine 1 geworden, weißt du. Ich hasse mich selber oder so. Das sind genau die, die wir noch mal in die Runde reintrücken. Genau die Runde. Ja, ja, richtig, genau. Das sind diejenigen, weißt du, die da so mit der 5 daneben stehen und sagen so, was hast du geschrieben, 5. Und du? Ja, bei mir ist es nur eine 1- geworden. Und du denkst dir so, deine Probleme, die hätte ich gerade. Und dann sagt sie, sie ist dann so ein Kandidat. Und deswegen so, zieh das mal so ein bisschen auf das Muttersein, wo sie sagt so, ja, das kann ich mir nicht vorstellen. Du bist ja eine Rahmenmutter, weißt du. Und die Kinder würden sich alle freuen, wenn die sich so ein Scheibchen von ihr abschneiden könnten. Ist hier irgendjemand der Meinung, dass sie eine schlechte Mutter wäre? No. Siehst du? Also ist sie die Einzige, die hier nur scheiße dabei ist? Oh, entschuldige. Du hörst ja noch mit. Du kannst ja keine Widerworte geben. Aber das finde ich gut, kann ich ausnutzen. Das macht Spaß. Keine Widerworte. Weil das Geniale einfach bei Kiwi ist, die gibt ja Widerworte. Also wenn die da sitzt und die kriegt das mit, die gibt ja Widerworte. Das ist wie so ein Knöpfchen, das muss die drücken. Pass mal auf, wenn die zurückkommt. Da kommt eine Retourkutsche, die sich gewaschen hat. Ja, oder sie geht raus aus dem Diskort. Ja, oder das. Das ist dann diese beleidigte Kleberwurst. Aber wenn man es mal so betrachtet, sie motzt ja, dass sie selber nicht da ist, aber sie ist ja selber gerade nicht da. Das sind so die Besten, die dann immer sagen, äh, weißt du, wer ist nicht da, der ist nicht da, hätte ich einen schöneren Abend, wenn die Person da wäre, weißt du. Jetzt könnte es selber da sein und die ist aber gar nicht selber da. Das sind die Besten. Über unsere Metern, oder? Ja, genau, richtig. Und man selber aufkommt. Junge, ich war voll auf dir drauf. Und dann tötet er mich. Ich hätte wieder ein Spiel drin. So, so typischer Kandidat von, so, gehst du für mich einen Burger holen? Nee, ich will jetzt nicht. Und dann sagt er, ja komm, ich mach das für dich, weil ich dich nicht will. Und dann heißt es auf einmal so, nee, ich will mich auch nicht mehr. Also. Also, guck mal, jetzt holt die Luft. Guck mal da. Also. Du bist das gleiche in unserer Seite, also ich geh gar nicht vor. Ich sag gar nicht, ich starte den Match. Okay. Okay. Was? Wolltest du, dass es so ist, wie du sie befinden? Geht dir, rücklässig. Meine Nase. Warst du noch überhaupt tot schoffen, oder? Ne. Siehst du auch? Ja. Sag mal, Kiwi. Was ist eigentlich dein Geheimnis? Also, dass du so ruhig und gelassen bleibst. Ich mein, hallo, wir haben hier richtige Retour-Cutschen ausgeführt. Warum soll ich? Ja, ist alles gut. Du lässt sich... Du bist mal so der Kandidat. Na, ihr werdet schon sehen, was ihr davon habt. Ich sag jetzt nichts. Das ist eine Prinzessin. Eine Prinzessin regt sich nicht auf. Genau. Die und Prinzessin, ganz ehrlich, die kann sich richtig aufregen. Das kann ich mir gut vorstellen. Alleine wie ich die schon alleine auf den Tisch hauen sehe, wie sie verloren hat. Ich hab mir fast die Hand gebrochen. Das war echt schlimm. Das war echt viel getroffen. Aber da sie ja die, da sie ja gerade die Kamera anhand hat, ne? Freunde. Hat sie mal gesagt, dass sie was mit dem Auge hat, dafür sieht die aber ganz gut, ne? Und zielen kann sie auch. Ne, ich hab' ja den Gerst davon. Ganz ehrlich, ne, wenn du es mit dem Auge hast, dann tut doch wenigstens so, als wäre das Auge richtig im Arsch. Hör auf, der gleich sticht sie sich an Bleustift rein. Ja, du musst, das ist wichtig beim Zocken, ein Auge zusammenkneiden fürs bessere Ziel. Geheimtricks. Das tut sogar echt weh, wenn ich das mache, der mit meinem Auge. Nein! Die Sache ist nur die, ins Trink sieht das komisch aus. Ja, danke, dass mir den Arsch kräftet der Tüfe. Nee, also, ich kann dir sagen, das nervt auch echt, diese Scheiße. Ja, Ruth holst du halt, äh, so Zeug zum Spülen, fertig. Also, so ein bisschen, das Wasser, so schafft. Ja, es halber meint, ich soll so, ähm, Kamillentee-Beuten, weißt du, draufdrücken. Ja, genau. Es ist, ich mach das seit drei, vier Wochen, ehrlich gesagt. Und es hat nix gebracht, deswegen, ich muss irgendwann zum Arzt. Bevor es sich vielleicht verschlechtert, weißt du? Was du brauchst, ist dieses, gibt's, ganz normales destilliertes Wasser, das ist, Kochwasser. Also, machst du dir immer ein bisschen die Augen, um das rauszuspülen, den ganzen Scheiß, das ist auch eine Möglichkeit. Das Einzige, wenn du, diese Kamillentee, das ist wunderbar, weil bei dir ist das Problem, dass du Bakterien in den Augen hast. Ja. Deswegen, gel, entzündet sich die Scheiße auch. Was schmierst du dir denn in die Auge? Aber ganz ehrlich, solange das nicht so richtig raushängt, das Auge, wie so ein klumpsch Auge, ist alles noch gut. Wie Melz und Öl sind. Ich hab keinen Bock, dass das jetzt, weil es hat sich mal übelst, als Corona war, hatte ich ständig Bindehaut entzündet, wegen der Scheiß Maske, ne? Ja, das kenn ich. Und deswegen, ähm... Und dann noch, dann beschlägt das noch schön die Brillen, ne? Ja. Solange du kein Auge wie Carl Schneider bekommst. Besten waren eh die Leute, die während der Corona-Zeit ihre Maske unter der Nase getragen haben. Ich hab wirklich gedacht, ihr habt's auch verstanden. Definitiv, ja. Und bei manchen sah es ja auch so richtig, die mit einem richtig heftigen Bart, ne? Da sah das eher so, sah die Maske eher so aus wie so ein Korb für den Bart, ne? Naja, zumindest mit der Maskenzeit hat man keine hässlichen Menschen gesehen. Ich konnte so oft das Gesicht verziehen und niemand hat es gecheckt. Immer dieses... So schöne Ausdrücke, in die Maske reinfluchen, während der Arbeit, boah, war das toll. Weißt du, weißt du, was ich viel besser fand? Hm? Wenn du so, äh... Wenn du Leute so drumherum hast, die dir auf den Sack gegangen sind, du hast einfach... Du hast einfach einen Hustenanfall vorgetäuscht. Schon mal hast du Ruhe drumherum gehabt. Ich hab auch sehr oft so... Ich hatte mal... Ich weiß nicht, wann das war. Ich hab... Wir waren in Deutschland im Edeka. Und ich hab genießt. Und ich hab sogar noch... Die Maske und die Hand. Und der Mann so... Ich wollte ihm schon sagen, Sir, ich hatte kein Corona. Ich hatte nie Corona. Ich hatte nur einmal. Ach, ich bin ja 26.000 Mal geimpft. Einmal ohne Geschmacksnacken. Wow, war das toll. Na, ich war gezwungen, mich impfen zu lassen. Ich wollte nicht, aber keine Wahl. Ich hab nur die erste gemacht. Gab es Straßen bei euch? Hm? Gab es Straßen für sowas bei euch? Nö. Ich hab eine Lungenkrankheit. Und das Risiko, wenn ich es bekommen hätte, wäre... GG. Enorm. Ja. Oder diese... Fucking Ausgangssperre. Mhm. Ich hab mich nie dran gehalten. Die ich nicht gekannt habe. Nö. Oder diese generelle Ausgangssperre. Die wäre auch cool, wenn du dann in Bayern irgendwo warst. Bin in Bayern nicht. Bayern durftest du nämlich zu gewissen Uhrzeiten überhaupt nicht raus. Also durftest du gar nicht überhaupt raus. Wenn du nicht mindestens so eine Genehmigung hast von deinem Arbeitgeber, dass du überhaupt rausgehen durftest, dann viel Spaß macht. Hast du 250 Euro bezahlt, wenn er erwischt worden ist. Die habe ich ja bekommen von der Backstube. Auch am Wochenende, wenn wir unterwegs waren. Ich hab immer den Zettel vorgezeigt. Genau. Ich fahre nicht zur Arbeit. Ja, ja. Ich bin komplett gebrochen, aber ich fahre zur Arbeit, ja. Hm, Mann. Ja, weil meine Ex war das so, die hat ja in Bayern gewohnt. Und ich bin halt, ich bin da am Bahnhof. Ich dachte so, scheiße, ne. Hör ich so, ja, durchsage so, ja, jeder der jetzt, ich hoffe, sie haben alle eine Genehmigung dabei, dass sie überhaupt draußen rumlaufen dürfen. Falls nicht, werden sie jetzt am Bahnhof abgefangen. So nach dem Motto. Ich dachte, aha. So, ausgestiegen, sehe da die Polizei so rumlaufen. Ich bin am Ende des Bahnsteigs einfach runtergelaufen und bin einfach außen rum, um den Bahnhof rum. Einfach über die Genen gelaufen. Ich hab einfach immer die Bude voll. Jeder hat bei mir gepennt. Ich hab auch Corona-Partys getrieben. Hättest du überhaupt so viele Leute bei dir haben dürfen? Nö. Ah, das gab's ja auch noch. Die Corona-Partys. Ich hab auch fett meinen Geburtstag gefeiert und alles. Ich weiß nur, das haben die Nachbarn mal gemacht. Die haben dann, äh, die haben sich generell im Haus beliebt gemacht und, äh, die haben da oben, äh, war ne, äh, ja. Den Kenner hab ich ausgeschaltet. Äh. Feiert's. Plattiere Claymore. Ja, ich bin nicht drauf. Genau, marokkanische Familie. Die haben da, die haben da richtig, richtig Vollgas gegeben. Die ganze, ganze Verwandtschaft ist angerückt und haben da oben, haben da oben da schön gefeiert und die Nachbarn haben dann schön Anzeige gemacht. Die haben da oben die ganzen, ganzen, ganzen Leute, hast du da runter marschiert, sie haben den Knall nicht gehört. Keine getestet, nichts, alles gut, Freunde. Was, schon wieder unentschieden? Nee, waren sie einmal da. Und so hab ich euch noch mal impfen, nee, oder? Mhm. Ich bin dreimal geimpft. Au, ich mach den scheiß nicht mehr, nee, egal, du müsstest noch mal, da war's noch mal halben Jahr wieder, ne? Mhm. Ich hab Thetanus-Impfung fürs letzte 97 gemacht. Das ist nicht der Lucha, von dem du gesagt hast, du bist total scheiße? Mhm, mhm. Erzählst Erdbeere alleine. Ah. Der andere war wirklich ekel. Wirkt da jemand bei Erdbeeren? Mhm. Oh, Ponder ist bei mir. Wie toll, dass er lieber mit dir spielt, als mit uns, oder mit mir. Ja, ich bin Schwarz. Mhm. Und? Er spielt. Und ich bin Italiener. Er spielt. Na, die halten zusammen. Musst du doch verstehen, Kim. Alter. Nee. Die merkt sich das, keine Sorge. Mhm. Der kann ja auch mit ihm ins Bett gehen. Wow. Guck mal, so eine ist die, weißt du? Nee, die ist eine ganz gefährliche, die ist so eine ruhige, weißt du? So eine stille Treppe-Typ. Und kickt der in den Keg. Ich denke mir so, ich kann mir gut vorstellen. Das Kiwi so eine ist. Wenn die ruhig wird, dann wird's gefährlich. Mhm. Dann lässt die sich irgendwas Mieses eingefallen. So nach dem Motto, die stellt dann so richtig stur. Wenn ich ruhig bin, hast du verloren. Dann mach ich gar nichts mehr. Solange ich mit dir diskutiere und mit dir rede und versuche, das Problem zu lösen, ist alles gut. Aber wenn ich still werde und gar nichts mehr sage, dann hab ich abgeschlossen. Ja, sag ich doch, stille Treppe-Typ. Ja. Und wünsche ich dir ein gutes Leben? Genau. Und dann braucht man noch nicht mehr zurückzukommen, weil ich bin keine, die, äh, wenn ich bis einmal fertig bin, ist es... Mist. Mist. Kommst du mein... Deutscher Schweizer. Hm. Ja, ich glaube, du hast ein weicheres Herz, als du sagst. Ja, also es hängt auch von der Person ab, sagen wir mal so. Mhm. Aber ich hab keinen Bock mehr. Ich hab auch immer, dass die Gutherzigkeit ausgenutzt wird, weißt du. Ich reiß mir echt den Arsch auf für so viele Leute. Und die sehen das dann einfach nicht, weißt du. Das Schlimmste ist, wenn man mit mir auf Stur schaltet, dann hast du verloren. Das Spiel mache ich nicht mit. Das heißt, wenn man sich gegenseitig ghostet. Ja, das ist so, aber wenn du mich, wenn du mich ficken willst und dann so, so versucht, mich zu ignorieren oder so, dann mach das. Aber dann hast du mich zum letzten Mal liegend. Sag ich ja, ghosting. Hm. Ich bin hier in einer Solva runtergeräumt. Ich definiere ghosting, dass man nach zwei Minuten keine Antwort liefert oder... Also es ist einfach das Verhalten, wie du dich... Zum Beispiel, wenn ich dir schreibe, ich hab mich gern, weißt du, als Freund oder was auch immer. Und du gibst mir deine Antwort wie, okay, danke, freut mich, ich weiß. Dann ist der Weg nicht mehr lange, bis ich sage, okay. Das klingt schon wieder so einladend. Viel Spaß, wenn du das weißt, weißt du? Das klingt schon wieder so einladend, dieses Knöpfchen zu drücken. Dann hast du es zum letzten Mal von mir gehört, weißt du? Hm, schon klar. Ja, sicher, übertreib. Ich bin froh, dass ich dich habe, Schatzi. Ich weiß. Das ist so schlimm. Die Leute wissen gar nicht, wie sehr das verletzt. Ja, ich weiß. Ich kenne diese Scheiß, du weißt. Ich bin grad so ein Mensch. Ich rede nie über meine Gefühle, weißt du? Ich bin echt kalt und sowas. Und dann öffne ich mich einer Person. Und dann schreibst du, ja, du bist mir echt wichtig. Ich habe dich gerne und so. Ich weiß. Das ist so ein ekelhaftes Gefühl. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das ist genau so. Ja, ich weiß. Was? Ich habe dich echt gerne. Ja, ich weiß, ich habe mich auch sehr gerne. Ich weiß. Ganz gut. Oder so Aussagen wie, wie geht's dir? Läuft. Man lebt und leidet. Ne, dieses, ich weiß, also, ich weiß, ich kann dir gar nicht sagen, auf welcher Ebene mich das verletzt. Das verletzt mich auf so einer tiefen Ebene, dass ich es dir nicht mal beschreiben kann. Dass neue Ebenen entstehen. Ja. Also, ich weiß schon, wie du das beschreiben würdest. Um dich mal zu, aus deinem YouTube, äh, ne, aus deinem Twitch-String mal zu zertieren. Wow, Leute, das war deep, oder? Ja. War echt deep. Ja, ich weiß. Und dann, und dann nicht zu vergessen, hm, liken, liken. Oh, was sind das jeder wie Menschen? Hey, Kiwi. Lächel mal ab und zu, ist nicht verboten. Naja, das ist, ich bin in so einer Situation, deswegen, das fuck mich einfach nur ab und ich, äh, ich weiß. Alles gut. Ich weiß. Na, ich versuch dich nur ein bisschen aufzumunter, du bist mir gerade ein bisschen zu negative wibst. Ah, ich weiß. Das geht gar nicht. Ich weiß. Danke. Kommst du mit deinem negativen Chi um die Ecke, das ist nicht gut. Ja, das befrägt sich nicht. Ich muss einfach lernen, mich nicht jedem x-beliebigen Menschen zu öffnen, nein. Ein Ich-Weißer. Äh. Das sind keine Worte. Hä? Waren das nicht meine Worte? Hm. Hm. Du weißt auch, um wen es geht, also. Ja, und du denkst dir gerade schon wieder, scheiße, sie hat recht gehabt. Ja, bringt doch nichts. Ja, das meint sich in Töung. Ja, ganz ernsthaft, sich da Gedanken zu machen, sich den Kopf zu zerbrechen. Weißt du, was ich mir mal sage, weißt du, was ich mir, weißt du, was ich mir mal dann sage? Diese Person macht sich gerade noch nicht mal halb so viele Gedanken darüber, wie du gerade. Oh, Mann. Lege ich neben euch! Schlimm eigentlich. Das ist, ist wie es ist, ne? Das Leben ist kein Ponyhof, das gibt's nicht. Oh. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Okay. Ich bin echt müde, mit solchen Sachen, das... Lass dir den Claymore! Kiwi. Hm? Pui. Aus. Gut jetzt. Nimm den Lolli in den Mund und gib rein. Da ist der Lolli ganz gut aufgehoben. Ganz wenigstens nicht quatsch. Da kommt eh nur negative Kram, oder? 2. Oh, Mann. I know it. Das ist die Freundin, ne? Das ist die Lutsche oder Art, das ist gar nicht mal schlecht. Das Ding wirkt so, wirkt so gerade wie so ein Schnuller, weißt du? Ich geh ja nicht rauchen. Komm, jetzt fimmst du einfach mal den Schrauber, ne? Ja, einfach gar nix. Ich enthalten Schnabel, die hast du im Glutscher. Sag. Das hat doch eh nix zu sagen, das ist wie er sagt. Die Person macht sich halb so wenig Gedanken. Ja, und du zerbrickst dir die Birne für was? Für wen? Nicht. Für mich. Das juckt die andere Person wahrscheinlich null. Und du sitzt star und denkst wieder drüber nach. Hör auf damit. So. Versorgst dir noch den schönen Abend. Ja, überleg schon, was du mir für mein Geburtstags gekauft hast. Kim, wie macht man das für Ivo nächstes Wochen? Das ist schon Ivo nächstes Wochen? Nächste Woche. Nächste Woche, ja, okay. Oh, ich weiß gar nicht, ich muss gucken. Ich muss halt Kommen noch gestalten. Ich kaufe mal einfache Bung. Hala, da sind sie. Motiv boxen. Ich meine, die Worte wäre mir glücklich wie Motivate. Ich wollte den Call of Duty kaufen noch. Wer wollte denn nicht kaufen? Hier gilt das nicht nur noch Stützen. Was? Weißt du, was ich mir toll finde, wenn andere Sprachen gesprochen werden? Und du nichts verstehst? Ja, doch. Das ist immer dieses, ein richtig Geilwitz immer, wenn es dann immer so halbe andere Sprache ist und dann deutsche Worte immer dazwischen. Könnte man meinen, ja. Was ich auch so letztens mitgekriegt habe, zum Beispiel in der russischen Sprache. Gibt es kein eigenes Wort für Optimist, ne? Die kennen das Wort. Die sagen wirklich Optimist, sagen die. Es gibt das Wort nicht im russischen. Ja gut, du wirst lachen, aber zum Beispiel im Japanischen, all diese neuen Englischbegriffe, weil es gibt eigentlich keine Übersetzung beim Japanischen. Ja, das haben wir beim Deutschen auch. Es ist richtig schlimm. Dinglich. Eigentlich ist es dinglich, was wir da sprechen. Und das ist viel zu viel. Ja, ich gerne rauchen, ich komme gleich wieder. Ja. Wie schießt noch ein paar Gegner ab, dann ist er glücklich. Ein paar Kopfschüsse. Den habe ich mitgegeben. Headshot. Kiwi, freu dich einfach mal auf den neuen Rechner. Guck mal, das ist so ein richtiges... Das ist ein richtiger Bling-Bling-Rechner. Ich habe mich jetzt zu viel in der Depression reingeredet. Ach, du Labe ist wieder scheiße. Das ist dein Problem. Komm. Freu dich mal auf den neuen Rechner. Ich feier die Musik. Einfach neuen Rechner. Bling-Bling drumherum. RGB-Beleuchtung, so wie du es haben willst. Passend zu deinem Mikro. Nooo. Oh Gott. Bist noch da, Kiwi? Ich glaube, die hatten die Zähne. Hallo, 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 hallo. Ein Internet. Ein instabile Internetverbindung. Beger-Beleuchtung. »Arnecho! « 허락erst Blak concerns mir, da ...« « Shepherd- porfassier, true, das ...» »Es hyper-О, hallo, 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 hallo. »Nein Nameсуд especial. Was spielst du, Muxi? Was spielst du? Gerade spiel ich nicht. Jetzt ist sie rausgegangen. Ja, gut, das ist Disconnect. Mann, das wird doch nicht so schwer sein, einen Sieg rauszuholen bei Fall Guys. Ja, gut. Ich schieb die solche Deprive in Salva. Ich habe keine Ahnung. Aber du musst lernen, ich bin halt auch ein Mensch, der nicht über Sachen redet, die einem weitergegeben werden. Ohne das Böse zu meinen. Nein, nein, nein. Ich mag dich echt, aber das ist dann... Alles gut. Wenn ich es nicht wissen darf, darf ich es nicht wissen. Ja, ich weiß, das weiß ich eben nicht. Das weiß ich eben nicht. Alles gut. So bin ich genauso. Ich bin ja auch gar nicht böse, oder so. Nein, ich bin... Du solltest mich doch langsam kennen. Ich bin ja tief in den Sparen. Ja, stimmt. Warum zeigst du dich heute nicht? Was ist denn da los? Du bist doch eh beschäftigt. Vielleicht ist da so ein Auge, oder? So, so. Siehst du scheiße aus. Nicht gut. Sehe ich aus wie ein Model, oder was los? Ja, auf jeden Fall. Hallo? Ja, klar. Fett Adidas da vorne draufstehen, das ist schon eine Muttel-Toilie, oder? Ich war in Tschechien. Mach doch, Mensch. Da war alles billiger. Wenn es kopiert ist, ist es kopiert. Das ist doch auch kein Problem. Hauptsache es steht Adidas da drauf. Das habe ich auch in der Jugend so gemacht. Habe ich aber auch gleich geteilt. Und Nike-Schuhe aus Griechenland? Die waren auch günstiger. Habe ich aber gleich geguckt, ob es auch Adidas draussteht und nicht die Adidas oder so. Ja. Genau so wie ich immer sage, sei sicher, dass das auch wirklich Teufel-Kopfhörer sind und nicht Nike-Schuhe aus China und die heißen dann Daibe. Das stimmt wohl. Das stimmt wohl. Gleich wieder da. Oh Gott. Ja. 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 Vielen Dank. So, bin wieder da. Wo ist sie, Kim? Ich glaube, sie hat sie rausgehauen. Wie rausgehauen? Ist sie weggegangen, oder? Ich weiß nicht, wegen der Internetverbindung oder so. Ah, okay. Ich muss viel fragen, weil ich weiß nicht, wie ich meine Call of Duty-Vutures erhalte im Spiel. Ich habe 16 Vutures eingelöst bei der Call of Duty-App und ich habe die aber noch nicht erhalten. Ja, aber das dauert doch immer ein paar Minuten, oder? Ich weiß nicht, weil es gibt so eine Aktion bei Monster. Wenn du Monsterdosen trinkst, hast du auf der Cap einen Code und den kannst du einlösen und dann kriegst du extra Erfahrungspunkte. Und die ersten sechs Caps geben dir noch zusätzliche Belohnungen wie Waffen-Skin und Charakter-Skin. Das ist ja cool. Was mal cool war, dass es mal endlich auch für Luxemburg gezählt hat, weil normalerweise zählt es meistens für Deutschland und Belgien. Gut eingereischt. Schließend mal hier mal, wie kriegt man das? Das wird hier erklärt. Dann do, so die Aktion, do, so lasst, dann ist sie Teilnahmeberechtigt, ja, okay. Nutzungsbedingungen. Dann googlen wir mal. Wie erhalte ich die Belohnung? Wie erhalte ich die Belohnung? Dessen steht die In-Game-Belohnung nicht zu verfolgen. Die und ex-wischen sich mit ihrer übrieren Konto aus, wenn sie sich belohnen können. Und ich muss mich zum nächsten Mal mal. Vielen Dank. 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 Thank you. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay. Vielen Dank. Bye. 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 Okay. Bye. 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 was ich bisher gesehen habe, die XTX ist noch gar nicht so lange draußen, das heißt, die hat noch nicht ihr volles Potenzial was das angeht erreicht guck mal, die hat 24 GB VRAM die macht die Nvidia Karten nass, wenn es drauf anfängt die können so auslagern das ist der Vorteil von der Grafikkarte von diesem Ding, das heißt, die wird noch ewig damit rum ihren Spaß haben und selbst wenn nicht wenn das seit 3-4 Jahren tut das nicht weh, dann hat die trotzdem weniger bezahlt für die Karte ich sehe gerade hier die Preise so, und sie hat komplette ich habe ihr Monitor Setup mitgecheckt die hat reine FreeSync Monitore die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass wenn ich da eine Nvidia reinbaue dass man vielleicht einer der Monitore nicht auf FreeSync schalten kann äh, auf G-Sync umschalten kann ok es ist nicht automatisch eine Kompatibilität ne, ne, FreeSync ist nie garantierter na, und deswegen sag ich keine Gefahr, die hat die hat also genug Monitore wenn du das dann, wenn du da kein wenn du dann in eine Grafikkarte reinsetzt die das nicht voll ausnutzen kann ist das dumm das war mit einer das war jetzt das Zünglein an der Werke warum ich gesagt habe, hey, eine AMD-Karte hätte die da ein G-Sync-Setup gesagt hätte ich auf gar keinen Fall eine AMD-Karte aber die hat FreeSync-Monitore die sind alle alle Monitore haben standardmäßig in ihrem Spektrum FreeSync so, und ich weiß, dass FreeSync nicht zwangsläufig heißt, hey, du kannst die G-Sync anschließen, aber ich habe keine Hinweise darauf gefunden, dass das so einwandfrei ohne Probleme das ist, dass man es angepriesen hätte dass das super geht und wenn solche Monitore einwandfrei funktionieren dann zeigt man das ja relativ schnell im Test dann habe ich gesagt ich gehe jetzt keine Gefahr ein dass dann irgendein Monitor nicht umschaltet das wäre kacke wenn alle Monitore die Monitore dann umschalten vielleicht auf G-Sync und 1, 2 nicht das siehst du so, und dann habe ich natürlich das Vernunftnetz teilgenommen ich hätte jetzt das Pure Power war tatsächlich etwas günstiger als das Trade Power in dem Moment dann war ich relativ überrascht scheinbar momentan günstiger dann denke ich mir jo und so ich glaube die Grafikkarte wird halt beigelegt die hat im Karton kriegt die so beigelegt die muss halt eingebaut werden das ist das Einzige jo das ist fertig das ist geschenkt ich sehe gerade hier bei Amazon Frankreich gibt es jemanden der verkauft die 4090 Evangelion Spezialedition Neon Genesis Evangelion ja die ist übel schön aber der Typ fragt einfach mal 2800 Euro für das Teil jo das ist eine Limited Edition ne ja weil das Set ist komplett komplett ausverkauft klar die das ist auch eine beliebtes Design dieses lila lila orange nein das ist die neue Serie das ist die Asna Serie die ist rot achso die Asna das ist das ist doch nicht Asna das ist ne nicht Asna Quatsch die ich weiß was du meinst ja ja Asuka Asuka richtig Asuka genau Asuka das ist Asuka Ryu glaube ich richtig oder so ja wo den Eva 012 steuert ja genau richtig ja also so und von den von den NVMe SSDs bin ich nur eine weiter hoch also bin ich nur zwei weiter hochgegangen weil die andere war Arsch langsam ich müsste zwei weitere hochgehen ich hätte wenn sie mehr Geld investieren in die Hand nehmen wollen würde hätte ich gesagt okay äh Mädel mach so und hol dir noch äh hol dir die von Kingston die haben noch mal ein bisschen mehr also die haben noch ein bisschen mehr Power aber wofür das merkt die nicht im Alltag ne dafür dass das Perlen vor die Säure geschmissen ist davon hat die nichts wenn die jetzt massenhaft Daten hin und her schieben würde den ganzen Tag dann würde die sagen jo wofür das bisschen rendering was sie dann machen wird Jesus ja wenn man bedenkt also definitiv deine Karte ist ähm wenn ich das so vergleich auf dem Nvidia mag ist kein Preis der da rankommt guck mal die ist doch vergleichsweise günstig die ist richtig günstig weil nämlich dies preislich was da nahe kommt ist die 4080 sehe ich hier äh aber das sind auch nur 16 gigabyte wir gegenüber von deiner mit 24 richtig weil sie nämlich die zurückgezogen hatten die hatten nämlich eine 24 von Nvidia hatte auch eine 24 gehabt die haben die aber zurückgezogen aber unterstützt die DLS 4 ja oh geil das heißt das nennt sich nur anders bei AMD glaube ich ist es nicht DLS sondern heißt anders SSR glaube ich heißt es bei denen okay also und zwar ist das die X7900XTX so da hatte ich die von MSI genommen die ist wieder vergriffen so gucke ich gerade mal ich nehme mir hier irgendeine mal ich nehme mir mal die ASRock so jetzt kann ich mal reingucken klar HDCP Raytracing Kansa AMD Infinity ist auch klar äh lass mal sehen obwohl die XTX ist ja auch nur Neuauflage der alten Karte von Vorgängerkarte die macht aber die macht ziemlich was ja um ihren Leistungswerten ja ich schläge gerade hier nur ist durch die fährt der Torschat die ist schon wirklich nicht schlecht ich hab halt ich hab halt alles durchgeguckt ich hab mal geschaut gegen was die so antreten kann also das einzige womit die sich die nächste Karte mit der die sich kämpft ist die 4080 und das aber auch nur im Raytracing dass wenn es um Raytracing geht haben reden wir von 16 FPS Unterschied und das bei einem optimierten spieler auf AMD also so etwas optimierte ne optimierte spieler auf Nvidia sorry es gibt spiele ich glaub die Far Cry oder so die sind optimiert auf Nvidia aber zockst du sowas wie Tomb Raider so dann hält sich zum Beispiel Tomb Raider ist zum Beispiel so ein Titel der sich relativ die Wage hält ich glaub Valhalla ist man muss halt gucken wie optimiert sind diese Titel auf gewisse sondern wir reden hier wirklich von höchsten ist 8% Unterschied von 1480 und wofür in den meisten Fällen schießt du den Vogel ab für das Preis Leistungsverhältnis unschlagbar aber ich hab gesehen also das mit dem Raytracing das ist absolut momentan der Haupt Tuning in den Grafikeinstellungen da sind ja auch mittlerweile jetzt so viele neue Einstellungen reingekommen in den Games mit dem ganzen Raytracing ja das ist richtig aber wie gesagt die performance die kann die die haben ich hab mir vergleichst also ich hab mir die die Karte rausgesucht hab mir ein paar Sachen dazu noch angeguckt und hatte gesehen jo alles klar die ähm und zwar kann die äh hatte Gamers Nexus da einen relativ guten Test gemacht was das angeht und hat mir dann den Test genauer angeguckt und hab dann cool der hat die Tests gemacht deswegen das Worst Case Szenario war dass die 16 FPS unter der 4080 lag und das ist eine Ansage bei dem Preis so jetzt gucken wir mal was kann die noch sehen ich ich weiß nicht ob du die Tests gesehen hattest als sie die Auslastung mit Alan Walker 2 geschaut haben mit den Grafikeinstellungen weil momentan ist das Game ja einer der AAA Titel wo wirklich sehr auslastungsreif ist ist schon heftig also selbst die stärksten Grafikkarten haben noch zu kämpfen mit dem Titel ja klar weil die nicht optimiert sind das ist der Grund der Grund ist wenn du dass die Optimierung nicht gut ist wie sie da machen also bisher ist es so wenn du nicht nach optimiert und her gehst und sagst hey okay ähm ich muss es muss halt Code Optimierung betrieben werden das heißt wie wird wie spreche ich meine Ressourcen an und wenn ich das nicht richtig mache und irgendwas nicht richtig optimiere dann lecke ich mich halt auf die Schnauze so und dann verbraucht das halt wesentlich mehr Power es kommt halt immer drauf an wie ist ein Spiel entwickelt worden so VSR 4K kann die auf jeden Fall Anti lag sowieso Ich bin aber auch erstaunt über die künstlichen Intelligenzen die sie ja jetzt in den Grafikkarten einbauen genau richtig um die Verdoppelung ja von den Bildraten herzustellen so eine virtuell quasi wird es nochmal ja ähm dienen sich also die Bereiche die dich nicht so stören werden einfach gedauung gesampelt das heißt die haben einfach eine niedrige niedrigere Auflösung ja so ein Upscaling quasi äh Downscaling ein Downscaling es ist erstmal ein Downscaling und dann siehst du und das war's dann einfach das heißt dann Sachen die dich die du nicht so siehst und so weiter haben einfach keine so hohe Auflösung das kannst du aber nur schwer mit das ist ein Grafikmodell das antrainiert wird ne ja deswegen sind deswegen hat AMD ist halt ist der Nachzykler in dem Bereich ne da war Nvidia halt hat halt schon Raytracing auf den Weg gebracht da hat der AMD noch ziemlich weiter hinten was ich gerade hier sehen weißt du was der Unterschied ist äh weil ich sehe das des öfteren dieses HDMI 2.1a hinten äh was ist dann da der Unterschied ist das ähm wegen der Herz äh Frequenz oder wieso das A nochmal weil du hast die nochmal in 2.1 und jetzt sehe ich auch 2.1a das A ist eher nur so ein Upgrade zu 2.1 das ist ähm es ist eher so ein bisschen ähm wie erklär ich es richtig ähm ist mehr so dem dem Ganzen geschuldet dass äh wegen dem HDR haben sie eher nochmal verbessert was HDMI 2.1 beziehungsweise 2.0 so gemacht hat ist einfach nur sie haben zusätzlich am HDR Content nochmal beziehungsweise gemacht ne also sie haben nicht das heißt an der HDR Darstellung ne das ist ein Steuheit der sich im TV Bereich siehst du das auch richtig weil ich 2.0a gibt und das ist einfach nur nochmal eine Optimierung im HDR Bereich ok ja weil ich weiß noch am Anfang gab es nur bis bei HDR 10 mittlerweile gehen die ja höher bis HDR 100 ja ist richtig das ist einfach nur eine ähm eine Erhöhung der Datenrate wenn du so willst das heißt du hast äh du schaffst einfach mehr Qualität einfach auf dem Adapter ok das verstehe ich aber du brauchst jetzt nicht extra ähm jetzt dafür jetzt ein Kabel von 2.1a genügt hoffentlich der 2.1 Kabel korrekt das ist einfach der Anschluss ich weiß nicht ob du ein extra Kabel brauchst bin ich mir gar nicht mal sicher ich kann mir gut vorstellen dass es mehr Datenlanes gibt auf den vorne dass es das also dass dasselbe HDMI wird das genauso gehen aber ich vermute dass einfach ein paar Datenlanes ein bisschen höheren Durchsatz haben und dementsprechend vielleicht einfach nur ein Kabel extra dafür brauchen das brauchst du hierbei äh DisplayPort zum Beispiel auch da wird ja sieht das DisplayPort 1.4 Kabel zum Beispiel genauso aus wie die Vorgänge das spielt keine Rolle aber du hast einen höheren Durchsatz richtig die sind auch anders gemantelt drinnen dass es bei HDMI genauso ist in der Praxis habe ich es noch nicht gesehen wo du zwar bei solche Sachen die Problematik siehst wenn du zum Beispiel ein nicht optimiertes Kabel nutzt es funktioniert definitiv aber es du merkst es das weiß ich noch als ich Multimedia Verkäufer war äh wenn du eine Übertragung die länger war als 5 Meter oder sogar 10 Meter ging dann kam das Bild gar nicht mehr richtig das ist die maximale Länge die du mit HDMI ohne Verstärker ähm also im Prinzip auf die Distanz die du zurücklegen kannst mit dem Kabel ja weil du Verluste hast deswegen zum Beispiel wenn das ist ein weiterer Grund warum ich diese warum die AMD Karte auch nicht schlecht ist und zwar hat die nämlich dreimal Displayport sie hat drei sie hat ein drei Monitor Setup das heißt sie kann alle drei über diesen über diesen über diesen ähm praktisch FreeSync dann anschließen okay FreeSync läuft ja über ist ja meines Wissens nach ich lasse mich ja mal als besserem belehren zumindest ähm immer noch Displayport only ja das ist richtig das ist richtig weil es geht nicht über das HDMI genau richtig so und dementsprechend äh hat sie dreimal Displayport das heißt sie braucht einfach nur gucken dass die Dinge mit Displayport alle angeschlossen werden und glücklich sein und dann kann sie dann wird sie merken dass das ein Unterschied wie Tag und Nacht ist bei den Monitoren muss ich nur darauf achten dass überall FreeSync angemacht ist ja gut momentan bei mir nutze ich nur meine 3 HDMI ist vom PC ich könnte eigentlich zwar auch alles wechseln aber ich war zu faul mir die Displayport Kabel zu kaufen ja aber direkt bei Amazon dann die Kabel geholt und fertig gut aber momentan die Bildschirm die ich auch nutze sind jetzt nicht dafür super geeignet das sind ältere Monitore die maximal auf Full HD gehen ich hatte mir ich habe einen Monitor habe ich hier das ist halt ein LG 32 Zoll ist das ein Ultra Gear mit 32 Zoll HDR und allen Schikanen so das Ding macht genau das was ich brauche die Farben sind in Ordnung wie gesagt das blutet mir ein bisschen das Herz deswegen dass es Samsung in dem Moment nicht besser gemacht hat aber das Ding hat halt den Adobe RGB Standard also den Adobe Farbraum hatte glaube ich mit 98% kriegt er 98% 99% das IPS Display IPS IPS ist zwar etwas langsamer also etwas trägerne Reaktion als die anderen als die andere Displayart TFT war es glaube ich war es TFT ja TFT das war das vorher genau TFT womit ja diese so einen hat ja zum Beispiel Kiwi das ist diese aus dieser Samsung Odyssey den sie da hat das ist so eine das ist die schnelle die diese Layards Technik der TFT kann ja schneller TFT ist reaktionsfreudiger vom Display her das niedrige Input lag als IPS das ist technisch so wie aber dafür ist IPS als Farbechter deswegen wird das zum Beispiel Apple seit eh und je ein wir haben nur irgendwann für uns erkannt oh IPS Displays oh das setzt jetzt Apple schon seit eh und je eine und die Farbechter nicht schlecht so also hat man hat man halt den Tramp irgendwann erkannt Macintosh macht das ja schon gefühlt eine halbe Ewigkeit das weiß ich dafür war auch bevor ja muss ich sagen wo Windows 10 endlich mal richtig optimiert wurde ja den iOS von Apple ja umso schneller in allen Bearbeitungsschritten und auch im Startbereich unabhängig von den Komponenten wo drin war weil die Architektur vom Betriebssystem besser aufgebaut war ja gut du hast der Unterschied zwischen zwischen Windows und Mac ist da gibt es einige Unterschiede Mac baut ja der Unterbau von Mac ist ein Linux ja das ja das weiß ich so und Linux hat man eine ganze arbeitet einfach an einigen Stellen Hardware näher einfach als Windows es tut so Windows hat mehr Datenleichen die sie immer wieder mitpflegen Windows fliegt muss auch eine höhere Kompatibilität zur Hardware erstellen als es Apple muss Apple hat seine Hardware und fertig die diktieren sie vor und damit ist gut und wenn dann die nächste Version rauskommt schmeißen sie diese ganzen Teile und Kompatibilitäten wieder raus weil sie sie nicht mehr gewährleisten müssen richtig und da macht es leichter für sie aber macht es für andere Leute die ihre Produkte etwas länger benutzen wollen schwieriger weil die danach Probleme bekommen für die Erweiterungen zu machen richtig und dann darfst du nicht vergessen du hast Geschäftskunden die wollen eine gewisse Kompatibilität zu gewissen Features weil sie gewisse Features nach wie vor einsetzen also müssen Features teilweise viel viel länger gepflegt werden die vielleicht in anderen Betriebssystemen lange 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 out of date sind und schon lange nicht mehr so komplett rausbiegen nicht mehr unterstützt sein muss halt Microsoft aufgrund von Geschäftskunden und Geschäftstaktiken eben genauso entscheiden und dann darf man nicht vergessen dass dieser Code dass der Code von Windows letzten Endes seit eh und je nur immer wieder darauf aufgebaut wurde die Code Struktur wurde nie komplett grundauferneuert wurde nur darauf aufgebaut du musst dir vorstellen dass der Server in der Firma wo ich jetzt arbeite noch letztes Jahr auf Windows 7 lief ja ja ich weiß du konntest dir einen zusätzlichen Business Vertrag holen dann ist dann Windows 7 weiter gepflegt worden mit Sicherheits Updates so das ist ja das unter Windows 7 ist das noch gemacht worden inzwischen gibt es ja eigene Windows Windows 10 und 11 Versionen die das genau in diese Kerbe reinschlagen richtig und dafür wurde auch unser Server auf Windows 10 geupdate das ist das du kannst Windows bei Windows 10 ist es so Windows 10 hat gerade im Geschäftsbereich gibt es die sogenannte Windows Enterprise LTSC Version die ist genau für sowas ausgerichtet das ist im Prinzip das was man unter Linux kennt Linux LTS Version Long Term Service ist das Ganze ist das auf der Basis macht das Microsoft mit nennt sich das früher hieß das LTSB unter Windows 10 Seiten das war der Long Term Service Branch und nennt sich jetzt inzwischen LTSC wird ich glaube seit der zweiten oder drei Versionen LTSC heißt es jetzt LTSC entgültig hast heißt es Long Term Service Channel das heißt dein Windows wird 10 Jahre gepflegt oder 5 6 Jahre wird das komplett durchgepflegt die Version als solches nicht wechseln ok das heißt während andere keinen Support mehr kriegen kriegst du noch weiter Support ja eigentlich zahlst du eine Garantie dass du weitere Jahre support ist richtig du hast halt ein paar eingeschränkte Rechte also ein paar eingeschränkte Sachen also Einschränkungen in dem Sinne weil das einfach gewisse Features du kriegst halt das was du brauchst das heißt es wird in einer Umgebung eingesetzt wo nicht viel drauf sein das heißt zum Beispiel in der Windows 11 LTSC also Enterprise LTSC hast du zum Beispiel keinen Microsoft Store mit an Bord gibt es nicht der fällt komplett raus alles was du mit Deep Load Skripten rumfriemeln würdest das du unter LTSC standardmäßig deswegen hat eine LTSC Installation mal im Vergleich ist eine ISO von einer LTSC nur 2 Gigabyte oder 2,5 Gigabyte groß okay während maximal vier je nachdem wenn du die ganzen Updates integrierst während Windows 7 in der Pro Version bekommst du schon noch über 8 fast über 8 Gigabyte knapp dran ja und weil LTSC hat glaube ich nur jetzt Stand 11 Windows 11 waren es glaube ich 3,5 Gigabyte irgendwie sowas zwischen 2 und 3,5 bis wenn mit allen Updates dabei ist das ist nur das Installationsmedium aber du brauchst halt deutlich weniger Gigabyte erlangen dafür und das ist der nächste Punkt du kriegst unter LTSC keine Feature Updates ja das Betriebssystem stellt nur reine Sicherheitsupdates nichts anderes das ist ja auch okay für einige ist das vollkommen ausreichend im Geschäft Bereich brauchst du das kannst du theoretisch kannst du das Ding auch ganz normal im Alltag verwenden das ist total das ist halt eine abgespeckte Version von Windows und es macht genau das was es soll ist voll funktionstüchtig und du zerschießt dir nicht Gefahren mit dir irgendwie Windows zu zerschießen wenn du mit einem Deepload Script arbeitest und ich weiß was du tust ja die YouTuber so gefährlich die sagen ja leitet das Script bei GitHub runter und führ das einfach aus dann ist dann Windows schön ja jo mit viel Pech hast du nämlich dann alle Windows Apps deinstalliert und dann hast du noch nicht mal mehr ein Notepad ja kein Bild Betrachter kein Notepad die ganzen Standard Apps die du sonst hast um die Standard Formate von Windows zu öffnen gehen nicht mehr jo ich hab ja so einen Spaß mal ausprobiert in der virtuellen Maschine also ich hab ja gesehen ich hab mir das Skript mir voll ich hab mir natürlich den Code vom Skript mir genau mal angeguckt also da hab ich gesagt alter Schwede was das Ding rausreißt das Betriebssystem nicht irgendwie kaputt hast du dann Programmierer gelernt oder rein Informatiker ich bin Fachinformatiker für Systemindikation das heißt das ist im Prinzip wenn du so willst bin ich eigentlich Computer Computer Hardware und Software Spezies wenn du so willst aber ich bin kein Softwareentwickler ich entwickle nicht ich bin jeden bin der bin praktisch Integrator ok aber ich kenne mich mit Softwareentwicklung ein bisschen aus ja weil ich im Studium C++ B hatte eine Firma größtenteils auch mit C Sharp arbeite ich hab auch mit ein bisschen klein bisschen Java kann ich auch ich bin ne alleine Bedingtheit also Java kann ich auch ein bisschen ich bin Java nicht ganz so begeistert von aber C Sharp baut er also C Sharp das hat mir zumindest vereinfacht C Sharp relativ leicht zu verstehen wenn man C C++ ein bisschen verstanden hat dann die das Konstrukt einer das Konstrukt von Java verstanden hat verstehst du auch relativ schnell C Sharp ja also ich C++ hatte ich angefangen danach mit Python ja JavaScript war das einfachste vom einfachsten Java selbst ist noch was ganz anderes JavaScript habe ich auch nur so bedingt kriege ich immer mit ich verstehe mehr Code als ich ihn schreiben kann das ist weil damals Kumpel von mir wir waren übelst begeistert über Computersprachen und wir haben uns da in den verschiedensten Computersprachen dann reingeworfen der andere Kollege der ist der ist Webdesigner geworden ohne Ausbildung und ja ich habe größtenteils ja als Multimedia Verkäufer gearbeitet in der Informatik Bereich dafür kommt auch mein ganzes Wissen aber auch weil ich auch privat sehr viel Technik Wissen liebe und auch sehr viel mich reinlese ja ich habe unterschiedliches also ganz für mich ist es ein breit gefächertes Wissen weil ich einfach breit aufgestellt muss ein bisschen durch meine Arbeit und dadurch habe ich sowohl mit Code zu tun ein bisschen und deswegen weiß ich C-Sharp ist halt so das was ich die letzte Zeit ein bisschen mehr in der Finger habe aber auch Scripting das ist PowerShell Batch Scripting habe ich genauso mit zu tun schreibe ich auch das eine oder andere und Python will ich mich mal da ansetzen das du brauchst alleine wenn du mit Linux viel arbeitest kannst du das sehr gut bauen ist aber auch sehr leicht verständlich also ja ich habe Python mal angefangen ich habe das in meiner Oberschule hatte ich es gehabt damals aber ich habe es einfach nicht ging damals nicht an mich wegen der Formatierungskiste alleine ging mir das schon auf in dem scheiße einrückend ist ging mir das auf den Keks dass es simpel ist und dass der Code dann besser strukturiert aussieht alleine wenn du dahingehend erzogen wirst ist ja nicht schlecht zumal wenn du es im Bereich nützt finde ich es auch es ist einfach die Nachverfolgung zu machen auch für die Fehlersuche mein Kumpel hat mich ein bisschen da mit dem ganzen mehr angesteckt weil mein Kumpel inzwischen 13 oder 14 Programmiersprachen inzwischen versteht und wenn da absoluter Cracky drin ist und Reverse Engineering absolut top unterwegs ist und so weiter also der macht gibt zum Beispiel also der war zum Beispiel mit beteiligt an dem Reverse Engineering Projekt von GTA zum Beispiel dieses RE3 hieß das bei GitHub so die Reverse Ingenierte Variante von GTA das die haben da praktisch die PSP Version und Handy Version haben sie komplett reverse Ingeniert inklusive dem PC Spiel und haben Bugs behoben die Rockstar Games schon ewig nicht behoben hat und die waren das Spiel war und die haben dann versucht die rechtlich gegen die vorzugehen weil die selber ihr scheiß Remaster rausbringen wollten von ihren Games und das Remaster von GTA 3 und City war ja mehr als beschissen gewesen ja ich weiß so und das Reverse Engineering Projekt war deutlich besser gewesen was das angeht und die haben sich halt und mein Kumpel ist da halt absolut fit dran mit dem hab ich mit dem hab ich halt unsere eigene Software im Betrieb halt zerlegt wir haben die Software wir haben unsere Dateiformate teilweise reverse engineered und Tools dafür geschrieben solche Sachen und das macht natürlich Laune das verstehe das Dateiformat dann so alt ist dass es noch nicht mal bei der Entwicklungsabteilung kennt vollkommen kennt und du sagst und du hast das Ding komplett reverse ingeniert und die dich dann noch fragen hey können wir die Doku von euch haben von dem reverse ingenierten Ding also mein Kumpel ist da relativ geblieft gewesen er hat auch als er gemerkt hat dass es zum Beispiel für Cut zum Beispiel kein keine C-Sharp Bibliothek gibt die frei und offen ist hat der angefangen anhand der Cut Doku komplett eine eigene Library selber zu schreiben ok das Cut Format selber dekodiert und praktisch Informationen einlesen kann der ist ein absoluter verrückter Hund was der da alles abgezogen hat ich habe das nie vergessen was ich mit dem alles schon gebastelt habe der hat dann zum Beispiel unsere Software in einem Wochenende zu 40% 40-50% ganzer reverse ingeniert hat sich das angeguckt und hat ihm gesagt ach du scheiße hat sich das der alte Code Hilfe und hat sich das halt in der erste absolut gewieft und hat durch ihn habe ich halt einiges gelernt so habe ich jetzt zum Beispiel häufiger mal den Fall dass ich dann auch mal hier und da mit einem Hexedito einfach mal reverse ingenieringbetreibung guckst mir halt an was ich da was ich da für Dateistrukturen sehe und das war ja da da muss ich an den Fall denken wo mit der Voyager One war bei der NASA da gab es ein Problem und da mussten Leute die in der also quasi Rentner mussten wieder gerufen werden weil einfach die Programmierung die sie damals da genutzt haben so alt war dass die neuen Leute damit gar nicht umgehen konnten für das Teil wieder neu zu programmieren um zu reparieren ja das Ding fliegt ja auch schon 45 Jahre durch damals hat man ja auch noch schön ein Assempler programmiert das machen die wenigsten noch aber wenn du Assempler kannst relativ gut im Reverse Ingenieren mein Kumpel kann Assempler deswegen ist der halt so gewieft in dem ganzen Scheiß der ist wie gesagt ich kenne das der macht Sachen ich weiß noch der saß mal mit mir damals wie er bei mir angefangen hatte mal mit dem Support und der hat wir haben das geile war wir haben den second level support damals einfach komplett übersprungen an einigen stellen wir sind einfach hergegangen irgendwas gecrasht hatte haben wir dann selber den code dekompiliert haben dann reingeguckt haben die stelle im code gefunden wo es geknallt hat haben dann gesagt jo an der stelle hat es geknallt und mein Kollege hat dann schon gesagt jo so kann man es code technisch lösen und dann sind wir schon direkt an die entwicklung also wir haben da schon echt die lustigsten Sachen mitgetrieben und so hatte ich durch ihn halt damals relativ viel gelernt und ich lerne auch immer noch von ihm nicht so ist es nicht der ist dabei je nachdem wie es ihm halt geht er arbeitet dann mal mehr mal weniger an seinem Videospiel und da helfe ich halt mit es ist wirklich ein toller Bereich weil man lernt dann nie aus es kommt immer was neues dazu ich mich auch mit rein ich lasse mir viele dinge auch erklären da bin ich voll dabei in azubis zu betrieb bringe ich dann halt gebe ich halt dann auch ein bisschen weiter zeigt dann wie tiefere Analyse funktionieren von Prozessen zum Beispiel das richtig richtigen Umgang mit Wireshark richtiger Umgang mit Prozmann und diesen ganzen Gedehls oder beispielsweise Rockdump kennst du zum Beispiel ne ja ich hab zum Beispiel eine Erweiterung mit einem Kollegen entwickelt Rockdump ist ein Rapper das heißt der sitzt auf Rockdump auf und nennt sich Rockdump X ist in der Lage du kennst es selber wenn du Rockdump sagst warte auf einen Prozess ja was macht was macht denn Rockdump wenn er merkt er hat einen Prozess der gleichnamig ist also mit zwei stück die genau gleich heißen wie war das ganz einfach Rockdump sagt dann zwei gleichnamige Prozesse gefunden und und determiniert Rockdump und du müsstest dann du müsstest dann die Prozess ID raussuchen über den Task Manager und müsstest den mit der Prozess ID anweisen Rockdump X nein also die Erweiterung die ich mit geschrieben habe du müsstest ja für jedes einzelne Programm das du durch Prozess überwachen lässt ein eigenes Programm instanz öffnen richtig damit er sich vor an jetzt stell dir vor Prozess gibst du einen eigenen Parameter die Parameter die du von Prozess alle erhalten du hängst aber du kriegst aber ein paar Parameter der heißt binde strich p.m. Prozess Names und dann fängst du an Anführungsstrichen die Prozessnamen aufzulisten und beendest das ganze mit mit einem wieder mit mit Anführungsstrichen und dann drückst du einfach noch Enter und was macht er sucht die Prozesse sieht aha die Prozesse existieren holt sich die Prozess-IDs und öffnet dann dazu zusätzlich für jede für jeden Prozess eine eigene Procdump-Instanz und die wird verwaltet durch Procdump-Ex okay ja du du veranfasst den Prozess für die Suche in dem Fall nicht nur das pass auf den Fugel schieß ich jetzt richtig ab wenn Procdump-Ex überwacht im Hintergrund weiterhin ob ein Prozess terminiert oder gestartet wird das heißt wenn ich jetzt einen Prozess beende würde Procdump ja seine Instanz beenden Procdump-Ex überwacht im Hintergrund ob wieder ein Prozess mit dem Namen gestartet wird und hängt sich direkt wieder mit drauf automatisch wenn er wieder gestartet wird das heißt du hast eine Überwachung gleichzeitig korrekt und ich hab noch ein paar Parameter mehr reingeschmissen und zwar was mit Procdump nie ging Ziel am Boden aber unter gewissen Umständen relativ interessant sein kann ist ähm man kennt das dass man manchmal irgendwas komisches im Programm passiert das Programm scheitert aber nicht an einer Exception sondern hat ein komisches Verhalten dass es zum Beispiel hängt oder dass es irgendwelche komischen Sachen du siehst dann komische Sachen im Programm und kannst dir nicht erklären was es eigentlich tut ja das ist eine zusätzliche Kalkulation wenn er irgendwie im Hintergrund laufen lässt genau so im Callstack passiert ja nach wie vor was das kannst du erkennen so und ich hab Procdump-Ex Procdump-Ex hat noch weitere Parameter unter anderem Parameter Inf Parameter Inf steht für Infinite das heißt sobald du das Ding startest hieß es hier bis du Procdump-Ex terminierst Dump-Dateien noch eine Minute mit den Parametern die du ihm angegeben hast und in dem Zeit Zeitabstand den du ihm gesagt hast so und somit kannst du Procdump dazu anweisen Instanz praktisch erstens mehrere Instanzen schießen also immer wieder Dump schießen zu lassen in einem Sekundenrhythmus zum Beispiel um dadurch dann in den Dump reinzugucken und im Callstack zu schauen was passiert da eigentlich gerade Das ist natürlich sehr interessant weil das hilft ja auch falls ein Fehler passiert die Fehlersuche schneller durchzuführen Richtig dafür habe ich es ursprünglich mit entwickelt das heißt ich habe das Konzept mit auf die Beine gestellt Procdump-Ex selber ist in C-Sharp geschrieben und Procdump-Ex selber hat halt hat halt ein paar nette kleine Features an Bord mit denen man halt es soll Dinge vereinfachen das ist das Erste das Zweite ist einfach dass es auch die Verwaltung von mehreren Procdump-Instanzen zum Beispiel vereinfacht der nächste Punkt den zum Beispiel Procdump mitgekriegt hat was Procdump-Ex mitgekriegt hat was Procdump nicht kann ist stell dir vor du könntest eine Config-Datei schreiben die kann im Textformat sein das Ding hat einen Zusatzparameter der Parameter heißt CFG so und dann gibst du den Namen der Config-Datei an oder mit dem Pfad also wenn es im gleichen Ordner liegt brauchst du keinen Pfad du gibst nur den Dateinamen an jetzt stell dir vor du kannst in diese Textdatei einfach die Parameter für Procdump-Ex einfach reinschreiben so und dann gibst du nur per CFG die Datei mit und er startet die Procdump-Ex Procdump-Ex startet mit den Parametern die du angegeben hast quasi direkter Befehl über Konsole genau du kannst ihm direkt anweisen das was in der Command Line drin steht direkt anzusprechen und du hast noch Farbcoding und Zeitstempel in der Command Line wann etwas passiert ist und du hast noch einen weiteren Parameter der heißt Bindestrich-Log und man schreibt dir sogar ein Log-File in dem dann genau drin steht wann was genau wie passiert ist wenn Procdump zum Beispiel terminiert wurde oder sonst was ich stehe eine Protokoll-Liste korrekt das Ganze sieht so aus und so funktioniert das Ganze so und dann siehst du auch wie die Argumente also welche Arguments du übergibst also was auf Procdump-Seite übergeben wird an Procdump selber und das Geile ist halt die ganzen Instanzen werden überwacht wenn du mal guckst wir haben ja an der Seite beginnt ja jeder Eintrag mit eckige Klammer und dann dem Index bei den ersten zwei grünen Zeilen siehst du ja sofort Index 1, Index 2 und der Index 1 sagt das gehört zur Procdump-Instanz 1 und das zweite hat zur Procdump-Instanz 2 tatsächlich ja so wie du siehst sagt er auch welche Prozess-IDs er da gefangen hat sehe ich und das blaue sagt hier oben im Prinzip ganz genau auf welche Procdump-Instanzen also er sagt im Prinzip hier und die blauen Informationen geben dir aus wonach er gerade sucht und gerade noch nichts gefunden hat also es läuft aktuell kein Prozess ja und gehört einfach nur als Info grün bedeutet im Prinzip jo ich habe erfolgreich was geschossen bitteschön und orange bedeutet er hat hier im Prinzip etwas er hat erfolglos im Prinzip abgebrochen dass die Procdump-Instanz beendet wurde ohne dass irgendwas geschossen wurde und das kannst du laufen lassen fertig du kannst dann mit ein bisschen es gibt dann noch ein weiteres Command-Line-Tool mit dem du das Ding dann als also als Windows-Dienst laufen lassen kannst wenn du es wollen würdest ja dann hast du eigentlich noch mal zusätzlich eine Absicherung bei der Protokollierung korrekt das sieht dann so aus wenn du richtig mal in Aktion tritt dass er dann auch erkennt hey jo ich habe das jetzt determiniert und das war es dann und dann siehst du auch wenn er fertig ist wenn ich den Lock-Parameter eingebaut habe siehst du Lila auch drunter Lock-File safe with name damit der Dateinahme immer einzigartig bleibt ist man Jahr, Uhrzeit und der Atom dran das ist klug dementsprechend hast du keine Interferenz korrekt korrekt wobei das der Screenshot den ich dir hier gezeigt habe und im grünen wo hier das Pogdamp X unten angeführt ist noch ein Bug war den haben der ist beseitigt ich habe es jetzt noch mal als Beispiel geschickt also haben wir das war das zweite Screenshot ist die Ur-Version aber das hier was du als erstes so sehen hast das ist dann die neueste Version von Pogdamp X es gab ein paar mit dem Farbcoding hat er seine Schwierigkeiten am Anfang gehabt das waren die ersten Bugs wenn du den rechtzeitig unterbrochen hattest dann warst du in einem anderen Farbcoding also gelb oder grün wo er gerade verletzt war und hast die Interminierung mit Steuerung C dann war deine Command Line dann in der Farbe das war noch ein Bug gewesen das ist aber schon länger bedeutend also das waren noch so die Screenshots die ich gerade so gefunden habe das Ding haben wir das das Ding hat noch ein paar Parameter zusätzlich gekriegt du weißt ja du kannst ja Thresholds für RAM und CPU Last setzen ja und das gleiche Spiel was ich mit Closes Names gemacht habe habe ich auch für CPU und RAM Last gemacht das heißt ich gebe die Prozesse also ich gebe in Anführungszeichen an die Thresholds für zum Beispiel für RAM an ich gebe die Thresholds für RAM an und dann gebe ich in Anführungszeichen danach die Prozess Names an und dann wird für jeden auf jeden Prozess den ich genannt habe die Thresholds auch für jeden einzelnen Prozess übernommen das müsste ich ja für jeden Prozess sonst hätte ich das Ganze machen und das macht das und das macht Procdump X dann selber quasi wie quasi schon fast wie künstliche Intigenz so könnte man es meinen und dann kannst du und dann kann der im Hintergrund Dampdateien erzeugen das ist relativ simpel und ja hat halt ein klein bisschen ein klein bisschen Reverse Engineering steckt ein bisschen drin weil es einfach weil Procdump halt natürlich im Detail nicht so erklärt wird wie es wie es sollte und der Quellcode ist nicht offen für Procdump nicht nicht für Windows ja somit musste ich dann zum Beispiel gucken man kennt das ja wenn man einer wenn es das Internal ausführt dann wirst du nach den Eulers musst du erstmal bestätigen so und jetzt musst du jetzt wenn du die Euler bestätigen musst musst du erstmal rauskriegen wo wird denn was was macht denn Procdump in dem Moment wenn du die Euler sitzt so kannst du muss man nämlich Procdump X erstmal beibringen dass wenn dem System noch nie Procdump ausgeführt wurde dass er auch die Euler akzeptieren kann das war auch ein Punkt der erstmal integriert werden muss also muss habe ich rausgekriegt welche Registrieeinträge gesetzt werden nachdem die Procdump und dann gab es gibt es ein weiteres Problem das Procdump erzeugt Procdump hat in verschiedenen Ausführungen seine Exe-Dateien Procdump Procdump 64 Procdump Arm und so weiter ja Problem ist nur hast du die alle in einem Ordner und sagst du zum Beispiel du kannst ja Procdump Exe einfach anweisen einen 64-Bit-Prozess einfach zu überwachen was Procdump dann macht ist er löscht seine Procdump 64-Bit-Exe die er hier im gleichen Ordner hat löscht er einfach weg und erzeugt sich temporär einfach eine neue und sobald der Prozess terminiert ist so ein Procdump ist dann eine 64-Bit-Exe weg weißt du aber die Procdump 64-Bit-Exe direkt an im 64-Bit-Prozess zu dampfen dann bleibt die reine Exe erhalten und diese Logik steckt auch in Procdump Exe Procdump Exe übernimmt diese Logik weil sonst würden wir nicht sehen was Procdump dahinter macht und solche Sachen stecken drin also ist eine Menge Arbeit nein das glaube ich aber es ist richtig interessant wie man eigentlich ein Programm so schreiben kann dass es sich selbst kontrolliert und sich unterhält ja ich wollte halt ich hatte halt ich hatte da technischen Support habe ich halt gearbeitet und es gab Fälle die man nicht fangen konnte so einfach das heißt zum Beispiel einen flackernden Prozess nicht du musst du nicht einfach fangen das ist ein Prozess der Abstützung wie der Start nach jedem Start nach jedem Absturz und Start hat der Prozess eine neue Prozess-ID fang das mal das ist schwierig richtig richtig weil das ist auch das gleiche wenn man verschiedene Fehler im Programm hat aber die nicht dauerhaft auftauchen und dann kann es auch vorkommen wenn die Anomalie nicht lang genug ist dass der PC ist nicht erkennt beziehungsweise das Programm ja das ist ja kein Best Practice ich kann ihn einfach sagen warte einfach so und das blöde ist einfach wenn ein Kunde du kannst den Kunden nicht dazu sagen hey du darfst die Software nicht beenden weil sonst Procdump einfach sich abschaltet weil sonst Procdump einfach sich abschaltet weil sonst Procdump einfach sich abschaltet ist ja auch blöd das ist ja kein Best Practice das ist ja kein Best Practice ja ja so und deswegen habe ich es halt auf dem Wege auf dem Wege habe ich meine Ruhe ich sag Procdump mach mal also Procdump XL mach mal und fertig so und dann überwachte das ganze so und wenn er was findet schreibt das rein du legst dich nicht auf meinen meinen Freunden an und so und die Person die das sieht kann dann sehen ob in der Zwischenzeit etwas passiert ist oder nicht wenn die Kommande dann offen ist ne und er hatte auch kein Problem dass ich Procdump XL zum Beispiel kann ich genauso auch als System also als System User starten damit hat Procdump XL auch keine Schwierigkeiten wenn ich das gerne wenn ich das richtig mache kann ich ihn als System User starten dann hat man ausreichend recht ja das ist quasi so als sicherer Start quasi ich kann das Ding auch als Dienst starten dann ist das ein Dienste werden bei Windows schon gestartet wenn du im Login bin schon bist so da kann er schon kann er mit der Parameter schon suchen gehen und dadurch dass du bei Procdump kannst du konntest du das mit Procdump konntest du das auch schon machen aber du musstest jedes Mal wenn du an den Parametern von Procdump etwas geändert hast musstest du ähm dir den Dienst wieder neu anlegen ja ja jedes Mal wenn du die Parameter angepasst hast das interessiert dich bei Procdump X nicht du gehst an die Config Datei sagst ihm jo starte als Dienst fertig und wenn du das ganze und wenn du irgendwas an den Parametern angepasst hast ja alles klar dann machst du einfach dann stoppst du kurz den Dienst packst äh tust die Config Datei anpassen und startest wieder fertig und das ist etwas was ein Kunde auch machen kann ohne Probleme sagst jo gib das ein hier hast du die Config Datei mach mal und dafür habe ich dann auch eine komplette Dokumentation geschrieben wie das Tool aufgebaut ist also mit allen Parametern was das Ding kann was es tut wie es funktioniert was was macht Procdump also was gebe ich in Procdump X ein und was macht das auf der Gegenseite auf Procdump Seite und das Procdump X wird nächsten Monat also nächsten Monat nochmal kriegt das Ding ein letztes Update da kommen noch 2-3 Sachen hinzu geil und dann ist aber auch Schluss hat das Ding eigentlich alles was es was ich mir so vorstellen kann also dann habe ich jeden Fall eigentlich abgedeckt vor allem du siehst halt Datum und Uhrzeit ne das ist halt das ist halt das siehst du ja nicht mal bei Procdump ne also wann irgendwas gefangen wurde das siehst du nicht weil ich finde das gut weil nämlich du hast ja auch äh in manchen Mechaniken die nur in bestimmten äh Zeitläufen äh kommen das heißt du kannst die Fehlerquellen nur finden wenn du auch weißt um welche Uhrzeit diese äh Prozesse laufen richtig und jetzt pass auf wir haben die damit das nicht unübersichtlich wird weil Procdump hat ja eine Menge Zeilen die es einfach von sich aus schon erzeugt haben wir es haben wir es eingedampft das heißt das was du siehst in der Shell Ausgabe ist schon eingedampft was Procdump eigentlich tut ja das ist doch relativ eingedampft du kannst ihn aber jederzeit mit dem Parameter jederzeit dazu bringen dass er einfach äh ähm die Sachen ins Lockfile vollkommen ausschreibt das heißt der ist dann sind die dann hast du nicht mehr die runtergedampfte Shell Ausgabe sondern du hast die komplette Ausgabe im Lockfile drin stehen was Procdump genau im Hintergrund getan hat nur dass du einen Zeitstempel noch suchst die sich im Lockfile drin hast nur dass du einen Zeitstempel noch suchst die sich im Lockfile drin hast das Geniale ist halt er sucht sich seine Prozess-IDs und hängt sich halt automatisch drauf das ist nach und sich ja definitiv und damit kann ich zum Beispiel wenn ich ein Programm hängen habe das ist nämlich der nächste Punkt wenn ich ein Programm hängen habe kann ich zum Beispiel theoretisch hin anweisen solange das Programm hängt durchgehend in einem bestimmten Zeitabstand weiterhin Dumps zu schießen und wenn ich dann ein Entwickler kann dann reingucken der den Quellcode hat in die Dumps und kann sehen was im Callstack während dem Hängen passiert wo er denn gerade hängt und das nicht nur und das geile ist halt wenn der Hängen vorbei ist hat er ja auf Dumps zu schießen und das nächste Mal wenn wieder ein Hängen passiert hängt er sich wieder drauf und fängt wieder an Dumps zu schießen das heißt du kriegst jeden Hängen damit mit der da passiert ja und so kann man nur so kann man das System auch optimieren richtig das hat halt das ganze ein bisschen vereinfacht das ist auch einer der wenigen Tools die tatsächlich an Kunden so rausgegeben werden durfte selbst beschriebene Tools ist bei uns die Hausregel darf nicht an Kunden rausgerückt werden das hier ist die Ausnahme und das habe ich tatsächlich mit einem unserer Entwickler habe ich das in der Freizeit gebaut ich habe das Konzept ich habe mir das Reverse Engineering übernommen ich habe mir die Sachen angeguckt ich habe dann genau gesagt wie es sein muss und dann mit ihm die Tests gemacht ich habe also ein komplettes Konstrukt so wie du es siehst habe ich vorgegeben wie es sein muss ich habe natürlich ich habe schon Code geschrieben gehabt in C-Sharp kann aber natürlich nicht mit einem voll eingefleischten Entwickler mithalten der das das sind wirklich Brot das ist ja dann habe ich gesagt ich will das gescheit lösen klar geile Sache super und dann haben wir dann angefangen das Ding zu bauen so und dann hatte ich es halt getestet und dann habe ich immer wieder wir haben uns dann über GitHub haben wir uns das ganze dann organisiert in der Freizeit das war ein Nachtprojekt ja zwischen 22 und 2 Uhr morgens also so haben wir da war sogar 3 Uhr morgens haben wir noch an Pogdump X gearbeitet ich habe Fehler gefunden also habe ich ein neues Ichio aufgemacht neue Ideen gehabt ein neues Ichio wieder aufgemacht also und dann habe ich genau gesagt woran es gehängt also ich konnte dann genau beschreiben hey das ist das an der und der Stelle haben wir das Problem und habe gesagt da musst du noch eine If-Schleife einbauen sonst funktioniert es nicht also das konnte ich ihm dann schon sagen oder ich habe selbst in den Code reingeguckt und habe ihm dann gesagt an der Stelle haben wir das Problem mach meine Taktik einstieg zerstört und du kannst nicht nur Prozessnamen mitgeben also Bindestrich PN hat zum Beispiel nicht nur die Funktionalität dass es nur Prozessnamen mitnimmt du kannst ihm auch explizit auch Prozess IDs angeben wenn du das unbedingt wollen würdest dann würde er explizit nur diese Prozess IDs überwachen wenn du das einschränken willst auch der Fall ist bedacht ok das heißt ja dann kannst du nur ein Bestieb du kannst den Perimeter eingrenzen genau richtig wenn ich weiß ich will immer nur eine Prozess ID überwachen oder nur zwei drei Prozess IDs ich weiß die bleiben an der Stelle immer die gleichen dann kann ich ihm auch explizit anweisen ich kann ihm aber auch beides mitgeben also ich kann Prozess IDs und Prozess Namen jeweils mitgeben das heißt ich möchte Prozess A nur diese Prozess ID überwachen möchte aber vielleicht in den und dem Prozess auch noch erwarten also ich kann mischen mit Prozess IDs oder Prozess Namen aber kannst du auch mit Multi IDs arbeiten dass er verschiedene gleichzeitig prüft oder wenn die Prozess ID existiert ja ansonsten wartet er bis er existiert ok sonst kann ich ihm sagen Parameter W wie am Programm existiert kannst du ja nach wie vor verwenden kannst du sagen bin ich durch W und dann wartet er und dann wartet er auf die Prozess ID ist zwar wenig sinnvoll ist aber möglich wenn ich aber im Prozess explizit mit der Prozess ID starte oder genau diesen Prozess ID darauf hinaus will ja dann kann ich ProctumX auch darauf anweisen genau das zu tun das ist die ganze Magie dahinter das ist die ganze Magie dahinter ich gucke gerade mal was hatte ich ich gucke gerade mal was hatte ich salut nein wie gehts ja mein Lieb wo warst du den ganzen Tag nicht eigentlich gezockt ich habe mir gerade deine KD angeschaut hm rauser du brauchst echt eine super KD ja gut ich gebe nicht viel auf die KD ich spiele meistens immer am Call of Duty nur für die Tarnungen ja aber wie gesagt du hast dabei euch ganz gut gehalten du bist im 200 Kill Minus quasi also du hast eine KD von 0,8 was ich hatte das machen sie nicht mehr dass man nach Prestige Meister so eine Statistik einmal komplett resetten kommt das ich spiele da Philipp ich vergleiche mich als Philipp ich habe mehr Abschüsse als FBR der ist genau so hoch wie ich mit dem Level lege Kleebord und ich habe die das Stop bitte von Philipp quasi von dem Punkt ich habe jetzt über eine Stunde versucht alles wieder ins Laufen zu bekommen und dein Stream kann ich nicht mal gucken ernsthaft? ich gucke deinen Stream er läuft zwei Minuten und dann blockiert er auf geht nichts mehr ok aber es ist nur bei mir so weil es halber funktioniert es und jeder Stream läuft außer deiner komisch ich habe keinen Plan ich habe keinen Plan ich bin nicht die Frise in unseren Fehlern jetzt? nein habe ich da steht doch auf dem Bildschirm ist das Hardcore? ja 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 klar danke ich muss weinen wenn ich jetzt sage deswegen danke 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 du musst jetzt weinen warte alles gut mit 10 Sekunden ich bin jemand der spart immer gerne wo sieht man eigentlich wie lange der post noch läuft das heißt er ist immer nur ein monat gut oder ich gucke hier beim passen die schreibt hier überhaupt nichts wie lange das denn jetzt anfängt und das ist am ersten dezember ok ich nehme an dass der bettel passt so lange geht bei uns läuft er schon ein wirklich zu lange in dem bettel posten wo ich man bestimmt ob man ja den habe ich auch gezahlt wo ich das spiel vorbestellt habe aber 10 euro für ein bild es hat sich schon gelohnt von nämlich wenn man bedenkt dass der pass mit dem den speziellen pass wie viel ist denn 32 glaube ich oder steht das nicht bei dir man im bildschirm schon mal was denn hier steht wo steht das bei dir im spiel in der mitte mitten im spiel im stream steht das in der mitte stimmt jetzt sehe ich gerade auch hier im stream steht das wirklich ist so steht das weil bei mir im spiel steht das gar nicht nicht ich glaube ich glaube ich bin ich meinst mal ich 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 Geht das mal. Heide angreifen und eliminieren. Wir haben die Führung übernommen. Die Führung übernommen. Ich fähre jetzt auf. Hör auf. Ich bin gar nicht mehr in den Dress. Das war schon cool. Ich höre doch mal. Mein Controller ist kaputt. Wehe. Hast du den an die Wand getroffen? Ich höre hier gleich. Hier funktioniert gar nicht. Lass ihn mal auf. Ich kippe immer also. Kind, du sollst doch nicht heulen. Oh ja, ich spawne vorm Gegner. Ich bin ganz die Harte. Ich heule nicht. Nein, nein, nein. Mikro-Gemüle. Ich heule nie wieder bei euch, wenn ihr mich so auslacht. Wie lacht dich an, nicht aus? Wir lachen mit dir. Richtig. Lach nur in die Kreisweg. Du kennst das doch. Ich würde gerne lachen, wenn die Kreisweg gelaufen war. Halt die Klappe, du lachst in der Scheiße. Tu mir einen Gefallen. Nimm einfach einen Lutscher. Dann könntest du die ja auch machen. Ja, ich schwöre dir. Mein PC ist einfach so ausgegangen. Discord tut alles aus euch. Ich dachte, nein, nein, nein. Hast du zu warm geladen, Bruder? Ich habe keinen geplant. Er war schon länger an. Er war schon viel länger an. Deswegen, ich habe Fall war. Ich habe Fall war am Telefonarabschlag. Ich habe schon nicht aufgewacht. Ich glaube, mein PC läuft jetzt schon seit drei Monaten nonstop. Ich mache meinen jeden Tag aus. Und morgens wieder an oder mittags. Er ist jetzt erst seit Mittag an. Was hat er denn? Geht er komplett aus? Er ist einfach... Discord hat gebackt. Dann war Discord plötzlich weg. Dann sind die Streams ausgegangen. Dann war der Bildschirm weg. Oh, Jungs. Keine Ahnung. Ich habe mir gedacht. Dann habe ich alles ausgemacht und neu gestartet. Und dann ging Discord nicht mehr auf. Dann stand da Updates, Required und Update hier, Updater, Updater. Hat nicht funktioniert. Eine Stunde lang bis Cybermoggerat hat. Mach das, mach hier, mach da. Da habe ich wieder ein Update gemacht. Wieder zugemacht und neu gestartet. Da ist Discord gegangen. Aber jetzt geht Deadpool Stream nicht mehr. Ich gucke gerade auf Deadpool Stream. Und dann ist sie ein Standbild und es geht. Wie viel Platz hast du mal auf der C fest, oder? Ach du meine Christe. Wie viel? Wie viel? Wie viel? Wie viel? Ich weiß, dass ich nicht viel. Cybermoggerat meint, ich habe mich jetzt erst irgendwo nicht verbunden. Ah, fiktisch. Der hat 68 Prozent verlegt. Das heißt, von 5 Gigabyte habe ich 3,4. Du hast noch 3,5 Gigabyte 2? Nein, ich habe von 5 Gigabyte habe ich 3,4 verlegt. Das heißt, du denkst, du redest von 34 GB, oder? Warte. Du musst auf die C-Festplatte unter Computer einfach noch Rechtsblick eingeschaffen machen. Dann siehst du, wieviel du noch frei hast. Ich hab ihn kaputt gemacht. Ach hier, ja, ich hab noch 60,3 GB frei. Entschuldigung, 60,3. Aha, okay. Ich hab dieses C-Festplatte nicht. Das reicht eigentlich immer. Also, es sollte nicht. Ich kann natürlich verschiedene Ursachen haben. Also, du musst mal mit dem PC gehen, oder? Ja, den solltest du lieber nicht nehmen. Ne, der Dings hat ja Malware, glaube ich, in's. Ja. Das Ding ist gehackt worden. Bleach-Bit. Wenn... Bleach-Bit drüber gehen. Das ist aber 60 GB, weil das kein Grund, warum es nicht gehen sollte. Also, wir haben hier verschiedene Möglichkeiten. Könnte tatsächlich... Es geht ja jetzt um alles. Nur das Einzige, was nicht funktioniert, ist Wettbust. Aber ich weiß nicht, wieso diese Fehlermeldung da in meinem Stream ist, weil die hab ich nirgendswo. Ähm... Welchen Browser verwendest du? Was? Ich sag nicht Opera. Microsoft Edge. Ja. Ich dachte, der hat mir letztens gesagt, die Fehlermeldung nicht benutzt. Weil? Keine Ahnung. Ich hatte es dir letztens gesagt, was ich benutzen soll. Ja, entweder Ding, Sylla oder Chrome oder Opera, aber nicht den Edge, meine. Das ist richtig hier grad. Ja. Es ist kein Welthunder dran. Geht auch noch. Hm. Warte, ich schieße es mit Chrome. Da kannst du nicht meine Addons herunternehmen. Chrome ist dasselbe wie der Edge, in dem Sinne. Und seid ihr mit Killa? Ne, ne. Mach ruhig mit, mach ruhig mit, mit Chrome. Scheiße, sie haben mich! Was? Ähm, im Zweifelsfall mal den Browser-Cache lernen. Also, den Browser-Verlauf alles mal rauslöschen. Und dann switch mal wieder neue Namen. Ne, so ein Scherz. Ich geh weg. Zu viele Details. Zu viele Details. Zu viele Details. Ich guck keine Pornhose. So schlecht. Kann es dir gar nicht gehen, hm? Ich guck keine Pornhose aus. Ja, das hätte ich ja auch gesagt an deiner Stelle. Ganz krass. Ja, aber ich guck keine Pornhose aus. Oh. Oh. Jetzt sind sie über die stille Treppentypen, die mir am gefälligsten sind. Ja, aber ich guck gar nicht. Nein, 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 nein. Ich guck nicht. So, und mal, wie gesagt, den Browser-Fall auf alles mal rauslöschen. Und dann einfach noch. Ich guck nicht. Um zu, was dann geht. Ich guck nicht. Ich guck nicht. Ah, nicht wervor, wenn ich meine tägliche Missionen schaffe und nicht meine wöchentliche. Du kannst den Chrome verwenden, oder Firefox kannst du auch verwenden, je nachdem. Nein, jetzt ist es auch wieder weg. Jetzt dreht es auch wieder weg. Was dreht denn? Ja, der Stream läuft und dann ab einem gewissen Augenblick hört er auf und dann dreht ein Kreis so in der Mitte. Weißt du, wie das hier läuft? Ah, Mann! Und da muss ich ein Refresh von der Seite machen und dann geht es wieder für 5 oder 2 Minuten und dann wieder das Spiel. Aber das ist nur ein Better-Stream. Ja, ich habe noch andere Streams. Und da, ich würde das vorhin extra mal selber gucken. Das ist echt nur ein Better-Stream. Und alles geht um YouTube geht, meine Videos geht, die anderen Streams geht, nur ein Better-Stream. Immer mich. Ja, ich kann am meisten gucken. Guck da. Ja, da ganz lieb. Nein, aber das war ja auch letztens, weißt du, als du Animal Party gespielt hast. Ja. Was hast du noch? Da hatte ich doch dasselbe Problem. All die anderen hatten es nicht, nur ich. Na. Ja. Guck das wieder. 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 Ja. Dazu wollte den ganzen Abend zurück. Und dann abgestürzt sind halt D Floof. Danke. kompikiert also kann sie mir als der Panner geht mir auf ich möchte den aus dem Spot herauskriegen ja ja sagt Bibi wo er ist und dann geht er zu zweier aber ich hab geguckt auf meinem Handy hängt Bibi Stream auf dann kann er es ja auch am Stream legen mit anderen wo er den Beppo hängst ja oder bist hängen geblieben ja willst du das damit sagen Kiwi? dass Bibi hängen geblieben ist? ja ich bin Mut weißt du ich bin nicht meine Schuhe oh man siehst du das hat er auch ab und zu dass er zum Beispiel so abgehackt klingt das was Datenpakete für ihn das ist seine Favela-Leitung das ist seine Favela-Leitung ne ha 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 na ja PANFAS! Aaaaaaahhhhhhhhhh Ich werde jetzt trotzdem, glaube ich, jetzt zu schade. Wenn ich das Parkplatz öffnen lässt, ja. Was läuft denn jetzt? Jetzt treffe ich keinen mehr. Beppo 3? Was ist denn los? Ja, ich habe keine Ahnung. Ich habe schon zwei Runden hintereinander und nur drei Kills gemacht. Das ist ja schon mein Niveau. Ich habe gerade dabei die Waffe auf Deutsch zu machen. Das dauert noch. Ab vorne, ab Level 9. Ist ja schon Level 9, oder? Du bist gerade Level 9 gekommen. Da muss ich jetzt in die Haut gehen. Schau dir mal an, diese Statistik bitte. Schau, Philipp war leider, wie viele Punkte er gemacht hat. Okay. Hab das doch bitte von ihm. Wie hat er so viele Punkte in so wenigen Spielen? Jetzt voll wen geht's, schau mal die Abschüsse hier alleine an. Ja, aber Babe, guck, du hast 301 Spiele gemacht und 325 Punkte. Er hat 158 Spiele gemacht und fast so viele Punkte wie du. Wie hat er das gemacht? Ich zeig schon nicht. Aber er spielt sehr viel Zombie, Bibi. Er spielt sehr viel Zombie. Ja, dann liegt das vielleicht daran. Zombie machst du ultra viele Abschüsse, ne? Äh, ich mach ja die am meisten Abschüsse. Ich hab dieses Online-Grad. Ja, aber Zombie, Zombie machst du für jeden Zombie machst du einen Abschub. Ich spiel ja auch Zombie, also DMC. Und ähm, ähm, Deutegeld. Da machst du auch, oder hast du, ich weiß nicht, Deutegeld. Ja, Collateral. Ja, Collateral. Ja, Collateral. Ja, ich weiß ja nicht, Mann, Alter. Ja, ich weiß ja nicht, Mann, Alter. Aha. Magazinwechsel. Kommt vielleicht einmal weiter. Also. Stopp. Wie kann das sein, dass du die so schnell kriegst? Auch wenn ich so drauf bin wie du, krieg ich sie nicht. Das ist Hardcore. Und dann? Das. Die Sterne, mein Spinner. Da hängt doch ein bisschen ab, wo das Crosshair abgelegt, ne? Ja, aber ich bin, mit der Sniper machst du ja one Chat, ne? Und ich bin, ich schwör dir, ich bin drauf. Und ich, wenn ich nicht drauf wäre, würde ich nicht sagen, ich bin drauf, weißt du? Ich weiß, das ist nicht ein Fall. Und du hast mir nur eine Latenz dazwischen. Endlich. Ich musste zwei Kills heute mit der Krämer machen. Jetzt habe ich ihn endlich bekommen nach vier Stunden Stream. Wenn ich ein Mal wieder hoch gegangen bin, ist der kleine Lante. Habe ich jetzt gar nicht aufgefasst. ja gut aber ich bin jetzt mal okay okay gute Maut und danke für deine Hilfe gar nicht so lange dann schlaft du dich in den Schlaf bis dann, ciao warum sterb du nicht, man bitte den Pies für wirklich irgendwie am Arsch ohhhh der mit seiner serbischen Flagge was soll ich bei euch, ob man jemanden an Jaystick im Spiel schenken kann? was soll also jetzt nicht, dass ich es kaufen muss auf CD, aber kann ich das irgendwie so weißt du, kaufen? für einen anderen ja also bei Steam kann man das machen aber bei Playstation glaube ich nicht was, Akon Stern? nee, kaufen für einen anderen ein Spiel, und du schenkst ihm das, dann weißt du virtuell nicht, dass du in die Zwischen das heißt du ja, ich weiß was du meinst ich weiß boah, gute Frage doch, glaub ich auf dem auf der App auf der App glaube ich oh Mensch Junge ich spawn, ich sterbe, ich spawn, ich sterbe das kann ja nicht ich kann ja nicht keinen Sinn, das ist gut brauche ich oh hier lebe unten ist das Spiel auch nochmal einmal kauft ich will ihm halt nicht die Möglichkeit lassen, äh, äh, in ähm dass er ein anderes Spiel kauft ja, ich will ihm die Möglichkeit machen ich will, ich weiß, dass er es spielen will aber er ist einfach eine kleine sture Zicke und deswegen kaufe ich es einfach mit ihm fertig ja ja hey, ich leh, ich geh gleich raus, das fühlt mir jetzt zu blöd hier die tun gerade spawnschreiben ja das hat keinen Sinn, Mann ja ja schon wieder der Albaner ja schon wieder der Albaner ja 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 über Computersprache und Programmierung ja 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 natürlich mit einer Caption Card, ähm, äh, die integriert ist, läuft besser ja ja da hat er drum Bombe ja Scheiße, ist das für euch oder gegen euch? gegen uns gegen uns ja Tötet er sich mit der Atombombe eigentlich nicht selbst? ja 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 das ist auch einfach eine Atombombe zu starten, indem du einen guten Spot hast und nur Spawn flippen tust. Du kommst da gar nicht mehr raus. Ne. 51,6. Der erste hat's gemacht. Das muss ich noch alles machen. Aus der Hüfte muss ich schießen. Scheiße, ich dachte in der Hocke. Fuck. Alter, und ich der pop die ganze Zeit so ein Ding. Das ist ja nicht schlimm. Die anderen können es auch machen. Der 14 in der Hocke. So, dann muss ich noch einen Gegner killen mit einem Wurfmesser, dann habe ich meine heklische fertig. Ich hab eine fertig, glaub ich. Oh Mann, ich hab die Freigestalten. Ich bin fast mit den ganzen... fast fertig mit den ganzen. Oh, hast du, wie du glaubst, ich kann das per App kaufen und verschenken? Ich bin mir grad nicht sicher. Ja. Ich guck mal. Aber das wusste ich. Das ging auf jeden Fall mal. Ach, die Konsole spielen. Ja, was du da machen kannst, verschenken, indem du zum Beispiel auf Instant Gaming auf meinem Profil gehst, zum Beispiel, oder auf meinen Sponsor. oder meinem Partner. Kannst du das Spiel dort kaufen als Code und das kannst du ihm dann so quasi schenken. Dann hast du es digital. Oder du kaufst ihm einfach eine PSN-Karte. Machst du... Machst du... Machst du... Machst du... Warte ich... Werbung für dich? Nein, aber... Du kannst... Suche eine PSN-Karte quasi... Das Spiel... Das ging leider nicht. Ich hab grad eben geguckt. Geht leider nicht. Geht leider nicht. Ist daneben geschossen. Ich muss mal schauen, wie viel das kostet. Ich guck grad bei dir. Info... Instagram... Instant Gaming, ne? Nee. Also auf meinen Twitch-Account. Na, bin dabei. Bin dabei. Bin dabei. Ah... Scheiße mir in den Rücken... Ah... Scheiße mir in den Rücken... Alter, das ist ja echt billiger. Aber KWD ist bitte mit dem richtigen... Wie soll ich sagen... BD wirklich die Konsole aus. Der ist für mich... Ich los... Naja... Der ist oben auf dem Pass. Wie kann man 7200 voller haben? Aber nur 11 Leute, die wir haben. Ja... Der ist oben auf dem Pass. Wie kann man 7200 voller haben? Aber nur 11 Leute, die wir haben. Zugucken. Wow. Ne, ich... Du... Wenn du... Auf das Spiel drückst, siehst du unsere... Unsere Partner live von Instant Gaming. Und der Typ hat halt 7200 Follower. Aber er hat gerade nur 15 Leute, die ihm zugucken. How the fuck? Jeder kann sich den als Partner holen. Oder er wurde gebottet oder hat welche Kraft. Ja... Man merkt es halt so raus. Sonst gibt es so diese Statistik, wo du alles gucken kannst. Die Leute lassen wirklich kein gutes, äh... Kein gutes Wort an Call of Duty. Meine sind gerade vorne. Feks! F breach... Ahhhh, Pans... Feks! Who are we? Ja. 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 Also. Die gehen mir auf den Pist morgen. Willst du den jetzt selbst steuern im Heli oder was ist das? Ich glaube. Wenn er so weiter macht, macht er auch die nächste Atombombe. Ist das wieder der gleiche? Nein, der gleiche ist es nicht. Ah, natürlich. Ja, aber Hardball ist zu hart, wir müssen nochmal spielen. Ich kann mal eine rauchen. Was hast du denn eine Herausforderung gemacht? Nein, ich muss noch einen mit der primären Ausrüstung killen. Ja, aber macht es doch mit der Granate oder Semtex? Ja. Machst du das komplett verrückt mit Wurfmesser? Ja, weil vorhin hatte ich die mit der Claymode, das war richtig scheiße. Heute ist alles eine primäre Ausrüstung. Scheiße. Ja, schon wieder diese Büsche sind mir egal. Wo sehe ich eigentlich die wöchentlichen Herausforderungen? Die wöchentlichen? Ah, da, hier bei Herausforderungen. Ja, da, Herausforderungen. Okay. Was habe ich da noch offen? Für die fünf Operator, die ich zuvor getötet habe, mit einem empfohlenen Waffe. So gut, habe ich. Habe ich auch fertig. Ich höre ich zehn rutschende Operator abschüsse mit einer empfohlene Waffe. Aber was ist eine empfohlene Waffe? Boah, keine Ahnung. Das habe ich auch vorhin freigeschalten. Vorhin mal. Ich habe einfach gespielt. Ja, weil das verstehe ich nicht. Ich glaube, eine empfohlene Waffe ist, wenn du zum Beispiel eine doppelte EP bekommst auf der Waffe. Okay. Wenn die Waffe auf, wo so eine Flamme ist, angezeigt wird. Weißt du, wie ich meine? Ah, das meine sie. Ja, richtig. Verstehe ich. Weil, anders kann ich es mir nicht erklären. Ah, die zweite Woche hat er auch schon angefangen mit. Die kommen gar nicht mehr raus. Die Waffe ist so schlecht eigentlich. Ich glaube, ich will sie unbedingt auf deuten. Ja, ich kann ja empfohlen. Auch Rutschend Kills und das andere ist. Äh. Rutschend 20 Meter. Schallgedämpft. Empfohlene Sturmgewehr. Okay. Muss ich auch noch machen. Kriege ich auch noch mal 5.000 Erfahrungspunkte. Das heißt für die... Eigentlich für die Tarnung zu bekommen musst du in den vier Wochen die sieben Missionen immer gemacht haben. Aber du musst nicht noch Zombie machen oder doch? Das weiß ich nicht. Okay. Ja. Aber ich gehe jetzt mal eine Rauch an. Ja. Du ekliger Lele. Keiner. Ja. 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 Ich muss aus der Hälfte schießen. Ja. 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 Vielen Dank. Hey, geht's mir nicht auf den Zack, Alter? Ich versuch die ganze Zeit das... Ich sehe gleich, was... Ich sehe gleich, was... Ich sehe gleich, was... Ich sehe gleich, was... Ich muss mal selbst schauen... Ich sehe, wie noch da? Du musst auch langsam ins Bett, ne? Wer muss ins Bett? Wer ist sie? Es ist die Mühe, der... Ja, sie sind draußen... Wo bist du noch mal draufgegangen, Marlai? Ich finde das nicht mehr mit dem... Was? Das sind die Dinge nicht mehr... Welche Dinge? Wo du gerade bist mit dem Herausforderer... Ah, das ist bei... Optionen und dann gehst du auf Herausforderer... Okay, ja, okay... Bei Herausforderungen? Hm... Dann möchte ich nicht... Okay... Eyla... Ja... Wie ist denn Collideral... Hitschotmang... Die habe ich fertig... Ich habe auch die Visitenkarte schon bekommen... Ein Moment... Kann reichen mit einem... Und so... Ein zweifacher Abschluss... Mit einer... Darschutze... Ja... Jetzt habe ich... Das Ding freigeschaltet... Dass ich die 3... 10x3 Kills... Ähm... Mit einem Magazin machen muss... Oh... Dann kann ich... Dann werde ich morgen... Die... Äh... Auf die... Geschmiedete Tarnung arbeiten... Ich kriege morgen die letzte Sniper auf Gold... Dann kann ich die Geschmiedete Tarnung machen... Die Sniper... Hast du jetzt nur Sniper gemacht, oder? Jaja... Es sind nicht viele... Es sind nur die ersten 3... Die ersten 3... Ich hab nur 2... Hast du KTM... Die Lingen... Äh... Die Langbogen... Und die KV... Genau... KV bin ich Level 12... Ja... Die habe ich 21... Äh... 22 jetzt... Und wie lässt sie sich spielen? Sie... Ich hab schon mal eine Lieblingswaffe... In dem Game... Die... Die... Die Bass 5... Die... 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 das gefühl jetzt um die uhrzeit sind nur noch spitze unterwegs ich glaube ich habe deine lobby kaputt gemacht ich kriege es geregelt ja natürlich einfach nicht sterben 10 20 runden verlieren und dann aber wie würdest du das bitte machen mit raketenwerfer und so ne scheiße also ich habe es in jedem call of duty immer gemacht also kd ist mir immer scheißegal ich möchte die turnung und das ist die motivation im game für mich haben wir noch einen kill das ist auch richtig dass ich auch so yes nur noch neun man gibt mir nur ein granaten kill da bin ich glücklich dann habe ich meine tägliche feute durch manche tisch ich hätte es mir geimpft manche ich darf mich doch die granatenschieße Ja, hekelische Dursch. Was machst du, Bibi? Du sollst schlafen. Mach auch noch die Reine runter. Granate! Weg! Dann habe ich zwei, dann sterb ich beim dritten. Das ist schon wieder Granate-Kill. Da kommt einer von hinten. Granate! 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 Er ist hinter der Dingssturm. 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 Der Vermündete Drohne online! Kollege! Piss dich! Du legst dich nicht noch mal mit meinen Freunden an. Nee, schon wieder bei zwei. Nee, und schon wieder bei zwei gestoppt. Noch 30 Sekunden. Erfolge ich abgeschossen. Gute Arbeit. Ja, überhaupt habe ich jetzt das Bild bekommen. Ja, geil. Ich habe jetzt mal eine Belohnung von Monster bekommen. Ich habe jetzt mal eine Belohnung von Monster. Ich habe jetzt mal eine Belohnung von Monster. Ich bin noch da. Ich bin noch da. Ich bin noch da. Ich bin noch da. Ja, aber es fällt mir ja, wenn ich loswerden will, dann sag ich das doch einfach. Fragt doch keiner. Fragt doch keiner. schon wieder bei zwei gestorben ich bin wieder bei zwei gestorben könnt ihr mir nicht einfach den dritten kill können machen Ich mach jetzt mal die eine Runde hier in 5 Minuten, dann für mich ist das die letzte Runde, die ich gerade mache. Natürlich, das wusste ich. Die Gegner sind so spitzig, man. Dann krieg ich den nicht. Die Rückendeckung. Einzige Drohne im Einsatzgebiet. Betäubungsgranate gewonnen! Jeder! Der kommt ins Neck! Der kommt ins Neck! Okay. Das war's für heute. Na du kleiner, hässlicher Lelle, geil, da hast du ihn benutzt. So, hab ich noch mal geschafft. Oh nein. Na du noch. Oh nein. Vielen Dank. Ja, mich das. Reaktionszeit ist zu langsam einfach. Müde. Ja, schon. Ich bin irgendwie auf der anderen Seite auch nicht so gut gelaunt. Ich kann mich auch nicht so richtig konzentrieren. Ich bin jetzt zum Spielgewand. Oh, komm. Yes. Dreimal. Siebenmal. Boom. Ich bin jetzt im Kopf. Den habe ich gar nicht gesehen, dass er da hinten stimmt. Egal, herausgekommen, abgeschlossen. Den Wunsch nehme ich immer mit. Auch wenn ich scheiße spiele. Natürlich. Dann kommt einer von hinten. So, ich trage jetzt noch eine. Dann kommt er noch mal raus. Da Speaker hier hin. Was ist das? Nein, wieder bei zwei. Es ist wie ein Flur, ich sterbe armdauend bei zwei Kills. Dann ist es gut, weißt du, dann treffe ich den Ernst, dann easy, da kommt der zwei, und dann steht beim zweiten direkt der dritte hinten und schießt Bischop. Du hast Ninja nicht freigeschalten, oder? Nein. Das solltest du, aber du brauchst den Hardcore, weil die hören dich. Die haben da zwar richtig scheiße gemacht mit den Monster-Codes. Du musst die Codes von der Dose auf der Webseite von Monster und Activision eingeben. Wenn du die eingegeben hast, kriegst du nochmal einen Code, den musst du dann bei Activision eingeben. Und dann hast du erst die Belohnung auf deinem Account. Also heißt das jetzt für mich, dass ich jetzt Dosen sammeln muss. Du kannst 150 mal eine Viertelstunde Double XP registrieren. Ich habe ein Problem mit meinem Knie, Alter, das ist nicht mehr zum Spaß, Alter. Das ist echt nicht mehr zum Spaß, ich habe ein Problem. Ich brauche jetzt noch die eine Zigarette zählen und dann einfach ein bisschen. Wie lange machst du noch, Beppo? Ich mache noch ein Match und dann verpisse ich mich auch. Zum Beispiel schaltet ihr alle Dinge da frei. Welche? Alle Ausrüstungen. Ja gut. Wenn zum Beispiel wieder so eine dumme Aufgabe kommt, dann hast du sie nicht freigeschalten. Weißt du, ich meine, zum Beispiel so wie Taktikanstieg. Ja. Taktikanstieg oder Board-Ladung. Das ist das Wichtigste. Die Minen und so eine Scheiße. Aber die kommen immer bei den Taktischenaufgaben. Sneaker musst du dir auf jeden Fall holen. Die Sneaker. So. Komm. Dieses Match noch zwei Mal, dann gehe ich mit grütem Gewissen schlafen. Wichtig ist, dass du siehst. Aber wenn du... Wenn du alle drei hast und wenn du zum Beispiel einen Win holst, kriegst du einen dazu. Ja, es hilft. Ja, kriegst du einen dazu. Warum werde ich die ganze Zeit siegen? Früher war das nicht so. Früher hat man immer auch die Sieger und die Win und die Win sind immer drauf geschissen. Ja. Scheiße, das wäre eigentlich ein Collateral gewesen. Aber gut. Schnauher. Wichtig. Wie bist du jetzt schlafen? Hallo? also wenn man bespricht willkommen manchmal ist es gut wenn ihr nicht hört was ich sage da steh mal vor du fragst mich was dann kommst du mir her danke für deine volle antwort da kam der bei der mülltonne ganz im ernst ok ladies and gentlemen ich wünsche euch ein einer wunderschön gute nachschaft alle gut gleichfalls so Okay, danke. Glückwunsch, Len. Tschau. Tschau. Oh, Papa, ich geh noch. Ich muss auf fünf Stunden machen. Ja, ihr Stress. Du musst bleiben. Stimmt. Boah, ich denke, du wirst du hinbleufe, geil, weil, äh, vergeset mein Arme, exakt. Ah, verlangerte Kurs, ey. Oh, ja, Papa, und Schuf, guten Heeren, ist er nur? Jupp, Ali. Tschau. Tschau. Tja, das ist schief. Zauber. Tja, das ist hier. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh, natürlich. Ich kann es ja mal schwöre. Okay. 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 Das war's für mich. Das hier ist der Werteilig. Die nächste Minute. Verbündeter Marschflugrauber eingesetzt. Verbündete Drohne im Einsatz. 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 wieviel immer noch ein paar stecken das kommt ich muss gestoppen da in der sich gehen aber gestoppt und dann ich weiß ich noch und fokusschiss ja das ist easy und dann wüsse ich schüsse per Kopf und das ist so gut 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 auch gut Das ist schlafen. So, und da kann ich auch noch ein paar Tonnen gehen. Das ist nicht verstanden, momentan. Ich finde eine mega scheiß Aufgläsung. Das ist richtig. Na. Ok, Schade, auf. Vielen Dank. 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 Okay. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das hätte ich mir fehlen, um nachzudenken. Einmal wird es gezählt, ja, hey, ich denke, dann durchstrengen, Mebo. Ich möchte auch auf den Zentralen, Mebo. Ja, warum verhaut jede Tür? Ich habe mal genug gezuckt.